Okay, da sind wir wieder für eine weitere Runde Dark Souls Daughters of Ash. Nach einem etwas längeren Starting Screen als üblich, denn die Chinchillas mussten auch gerade gefüttert werden. Und da Sonntag ist, mussten sie auch einmal schnell über die Waage. Ich habe mir ein bisschen Gedanken gemacht, wie wir weitermachen. Ich würde jetzt, wo wir gerade in Anorondor sind, mal kurz gucken, wie es mit Gwyndolin aussieht. Ob wir da hin dürfen, weil ich habe keine Ahnung, wo der Ring sein soll. Und wir können ja die Gwynevere auch noch nicht töten, da wir nicht in den Raum dürfen. Das heißt, wenn wir Pech haben, ist Gwyndolin komplett abgeblockt fürs Erste. Was nicht schlimm wäre, aber hm. Ansonsten, ich habe so eine Vermutung, also ich kann mir vorstellen, dass die Very Large Amber sich gar nicht bewegt hat. Und dass die immer noch in den Ruinen, in dem versunkenen Teil ist. Dazu, um da hinzukommen, müssten wir jetzt wahrscheinlich den DLC machen. Es würde, finde ich, insofern Sinn ergeben, dass von den vier Lordseelen ist, glaube ich, so ein bisschen von Entwicklern angedacht, dass man die vier Könige zuerst macht. Weil die ja auch so ein DPS-Check sind, um zu schauen, ob du den Rest schadenstechnisch schon schaffen kannst. Das heißt, es würde Sinn machen, die Amber irgendwo da zu verstecken. Ich meine, wir könnten theoretisch auch Nito besiegen, wir können schon zu ihm, wir waren ja auch schon an dem Boss-Frog. Ich will mich jetzt aber ehrlich gesagt ungern nochmal durch die ganzen Skelette kämpfen, vor allem, weil da ja auch ein paar echt Wiese-Gegner waren. Da sind wir ja beim letzten Mal nur vorbeigesprintet. Schauen wir uns einmal kurz um. Deswegen würde ich sagen, wir probieren einfach mal den DLC als nächste Zwischenstation. In der Hoffnung, dass die Amber entweder da ist oder halt, wie gesagt, an ihrem üblichen Ort in den Ruins, wofür wir aber dann wahrscheinlich erst mal Sith besiegt haben müssen. Ich würde nicht riskieren wollen, in einem NPC von mir, dem wir den Schlüssel zum Seal kriegen, abzumurksen, wie man es in manchen Runs macht, weil keine Ahnung, was das für Folgen hat in Doris of Ash. Okay, er kommt wieder hoch. Aber anscheinend, also ich weiß nicht, ob auch ein bisschen ein Zufallsfaktor drin ist oder einfach es daran liegt, dass wir bestimmte Sachen in einer bestimmten Reihenfolge gemacht haben. Aber ich habe gestern noch bei einem anderen deutschen Streamer, der also auch viel Dark Souls-Content macht, reingeschaut, der auch das erste Mal Doris of Ash spielt. Und der hat diesen weißen Stein, den wir zum Grab zurückbrachten, damit wir nach Anor Londo dürfen, den hat er von Patches bekommen. Lange bevor wir den bekommen haben. Das hilft halt nicht, wenn du dann nicht weißt, wo du den hinbringen sollst. Aber es war natürlich komplett anders als bei uns. Das habe ich noch nicht so ganz raus, woran das liegt. Ähm. Ah, wir müssen noch runter, ne? Und war bei Gwindle nicht sogar noch ein eigenes Bonfire? Ja, genau. Da ist noch ein eigenes Bonfire. Und da lag auch noch ein Item. Ist ja die Frage, ob es ein sinnvolles Item ist. Magic Claimor und eine 2000er-Seele. Okay. Keine Secret Wall. Wir dürfen hier also nur mit dem Ring hin. Den wir nicht haben, soviel ich weiß. Häusernbein Ring brauchen wir nicht. Komm, wir machen einfach mal den Ring, dass wir mehr Humanity hoffentlich kriegen. Aber wir haben generell, wir haben generell gar nicht so viele Ringe. Ich will jetzt mal kurz wissen. Können wir zu diesem Bonfire warpen? Weil wenn wir zu einem anderen Bonfire in Arnolondo warpen können. Ich meine, das Warpen an sich wird nicht beeinflusst. Ich habe überlegt, ob wir den Arnolondo Firekeeper, ob wir den töten sollen. Für die Seele. Wir könnten ja noch immer da hin porten, aber wir könnten halt das Bonfire da unmittelbar nicht verwenden. Ja, aber es ist das Einzige in der Ecke. Will ich eigentlich nicht riskieren. Ähm, level-technisch geht, glaube ich, noch nichts. Nein. 23.000 brauchen wir im Moment pro Level ab. Dann schauen wir mal, was bei, was im DLC so abgeht. Ich bin mal gespannt, ob dann, also eigentlich müssen ja dann die Bosse ein bisschen runterskaliert sein, dass man da nur noch mit plus 10 Waffen und nicht mehr, dass es jetzt ein Mid-Game und nicht ein End-Game-Gebiet ist. So, Moosklumpen nehmen wir einfach mal mit. Ähm, wir haben ja auch das, äh, äh, das Pendant bekommen. So, das werden wir nicht benötigen. So, aber können wir es jetzt schon benutzen? Genau, ich vermute mal, dass das Ding viel wichtiger sein wird in dem Bosskampf, als es gedacht ist. Ich glaube, ich habe es noch nie selber in dem Bosskampf verwendet. Aber da, da wir es ja in dem Fall praktisch automatisch gekriegt haben, beziehungsweise es einfach viel weniger versteckt ist, als sonst, würde ich vermuten, dass es wichtiger ist. Na komm, steh auf. Ich denke mal, der, wenn, der Bosskampf gegen Sanctuary Guardian, wenn Sanctuary Guardian noch da ist, wird, denke ich mal, ein guter Benchmark sein, ob wir uns schon ins DLC-Gebiet wagen sollten. Also, ich denke mal, der Bosskampf gegen Sanctuary Guardian ist, Boah, was sind die für eine lange Aufstehanimation? So, hier könnte ich jetzt gerade den einen Ring anziehen, aber ganz ehrlich, hoffentlich brauchen wir den jetzt nicht für die paar Meter. Aber ich habe auch so ein Gefühl, weil ich so ein Gedanke hatte, dadurch, dass das ja jetzt mit Game-Gebiet ist, da gibt es ja auch am Ende eine Möglichkeit, Humanity in rauen Mengen zu farmen. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das der Punkt ist, ab dem wir dann nur noch menschlich rumlaufen sollen. Und dann auch die ganzen NPC-Invader treffen können. Weil ich fand es ja ein bisschen paradox, dass die ganzen neuen NPC-Invader drin sind, aber wir gar nicht so viel menschlich sein können. Obwohl das Spiel es offensichtlich will. Aber ich finde, mit dem Gebiet, wenn das noch intakt ist, würde das passen. Sanctuary Guardian, das sieht gut aus. Okay, da habe ich jetzt gerade ein paar getrankt. Ja, komm, Stagger-Lock mich doch. Okay, ich bin auch noch, ich bin auch, ich kann. Okay, ich bin auch dabei. Man denn nicht, ich bin auch, ich bin auch drinnen. Los geht's. Nein, ich bin auch, ich bin auch, ich bin ein paar Mal wieder. Also, ich bin ein paar Minuten, ich bin ein paar Mal wieder. Ich bin ein paar Leute. An激asian-Invader. Ja klar, unterbrech mein Estus. Ist okay. Ich hatte das Gefühl, man bekommt weniger Heal-Opportunities. Ich habe das Gefühl, man bekommt weniger Heal-Opportunities. Au. Er zielt aber ganz schön gut. Können wir bitte seinen Schwanz abschlagen? Das fände ich sehr toll, wenn das ginge. Okay, das hat er jetzt irgendwie komisch gezielt. Okay. Okay. Das war's für heute. Oh, wir gehen durch so viel S-Tusteln gerade. Ja, natürlich. Ey, bis jetzt war das immer safe, nach dem Angriff anzugreifen. Oh, wir gehen durch so viel S-Tusteln. Ach du Scheiße, ja, stimmt, den Angriff hat er ja auch noch. Vergiftet? Dein Ernst jetzt? Okay, aber das war jetzt Skill-Issue. Also das kriege ich hin. Das ist nicht... Gut, Sanctuary Guardian ist auch nicht so schwer. Gibt einem nur weniger Gelegenheiten zu heilen als sonst. Das ist natürlich jetzt kacke, dass wir nicht mehr menschlich sind. Aber ich glaube, das Bonfire werde ich noch nicht unbedingt hochpacken. Aber ich glaube, wir können jetzt Humanity durchaus dann auch generell ein bisschen freizügiger einsetzen, wenn wir hier wirklich die Gelegenheit bekommen, es dann zu farmen. Also das ist das Ding, das ist doch egal. Well, ich glaube, ich mache diese Gelegenheiten. Ach, was ich auch immer AAA- Aber ich sehe Okay, bei dem Angriff darf er nicht rollen. Schlag doch zu, verdammt. Ich würde mal behaupten, der Angriff darf nicht connecten, weil sonst wird's ungemütlich. Wobei, so viel erwacht ist gar nicht. Okay, doch jetzt. Hä, der hat doch vorhin ganz langsam getickt. Wir machen auf jeden Fall den Poison Bite Ring hier, dass wir nicht nach einem Treffer direkt hinüber sind. So, Ring of Evil Eye bringt uns hier nichts. Und der bringt uns eigentlich auch hier nichts. Boost Sealing Effekt, da. Das wird zumindest, selbst wenn er den Heal panisch, noch mit ein bisschen was rausgehen. Weil ich hab noch nicht so ganz raus, wann es safe ist, zu heilen. Also auf größerer Distanz hilft es offenbar. Als ob. Das ist nicht sein Scheiß Ernst. Als ob selbst mit dem Ring man sofort getäusen ist. Okay. Oh, das liebe ich, wenn die Ringe nichts tun in Dark Souls. Dann fliegt der halt raus. So, aber da kann jetzt der Ring of Temptation rein, weil den Blut, den Blut, den Blut, den haben wir eh verloren. Was gibt der Sanctuary Guardian Original? 20.000 Seelen? Oh. Ich kann den Schild nicht schnell genug heben, wenn ich, äh... Mann, ich will den, ich will den Schwanz abschlagen. Oh, jetzt ist er gestaggert. Komm schon. Das hat jetzt mal zumindest gut reingehauen. Komm schon. Ja, aber ich sterbe jetzt durch das Gift. Aber ich hatte gerade ein paar gute Treffer, aber ich glaube Hinterteil zu treffen reicht nicht, ne? Ich muss den Schwanz wirklich treffen Und ich glaube, dafür muss ich eigentlich Zweihändig zuschlagen Ich glaube, der Sanctuary Garden Hier gibt es gerade nicht mal so eine gute Waffe, aber Ich weiß nicht, wie gut die Waffe ist Aber ich will sie haben Wir haben es ja im Grunde schon gleich, da wir Einen Schild haben, der ihn einfach komplett Wegtankt Wäre selbst der Angriff Selbst der stößt uns nur zurück Ich muss mich entscheiden, also entweder rollen, was mit Fat Roll natürlich total bescheitert verurteilt ist Oder blocken Und in meinem Fall ist blocken halt einfach klar besser Ja, ist okay Ja, du musst dich nicht stärker locken Ist okay Ja, komm Nimm doch den Schild richtig aus Komm schon, das hat getroffen Also Wie viel hält das denn bitte noch Also Ich will ihn ja nicht, kann nicht töten Ich will einfach nur seinen Schwanz abschlagen Das waren noch jetzt vier, fünf Treffer Zweihändig Mit der Riesenkeule Er war ja schon selber halb down Das wird doch wohl möglich sein Ich will euch das Bonfire noch nicht hochpushen müssen Wow Also den Angriff haben wir vorhin auch noch nicht gesehen Okay Okay, wir sind geduldig Wir machen immer nur einen Angriff Ja, natürlich Ist okay Ist in Ordnung Ja, es gibt soviel ich weiß Nochmal die Gelegenheit Gegen zwei von ihm zu kämpfen Und da kann man glaube ich auch nochmal versuchen Den Schwanz abzuschneiden Aber im Moment Will ich das Teil so haben Ja, es gibt so viel Wow, das war gerade uncool So, und wieder zurück Ich habe es schon wieder falsch gemacht So, ich glaube ich muss die Schwanzspitze treffen Das ist das Problem Deshalb muss ich mich jetzt Muss ich gerade die Gelegenheiten ein bisschen anders herbeiführen Das hilft natürlich nicht, wenn man so einen Bild wie diesen hier spielt Take a look So, da hat er mich getroffen. So, da hat er mich getroffen. So, komm her. So, ich glaube langsam muss ich das aufgeben. So, da hat er mich getroffen. 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 Okay, benutzen wir das. So, da haben wir jetzt den Rest erstmal auf Brigand. Das ist ja nicht mal ein total schweres Set. Das Goldene wäre auf jeden Fall noch eine gute Alternative. Warte, wie sieht das aus? Das muss ja auch fashionable aussehen. Also, ich fettrolle immer noch. Weiß ja nicht. Das ist auch noch eine... Also, das ist keine Fat Roll, aber es ist halt trotzdem nicht schnell. Die Skull Lantern hat auch nicht so viel, die brauchen wir aber jetzt gerade nicht. Probieren wir mal, aber ich glaube es macht keinen Unterschied. Ich glaube wir haben uns jetzt gerade damit nur verwundbarer gemacht. Das ist alles wunderschön. Das ist ein Rekord. Ich glaube, ich gucke mich. Aber ich glaube, es wird das. Ich bin ein Rekord. Ich bin ein Rekord. Aber ich bin ein Rekord. Ich bin ein Rekord. Das ist doch nicht so... Ich bin ein Rekord. Ich bin ein Rekord. Ich bin ein Rekord. Ich bin ein Rekord. So, jetzt... Okay, habe ich, es war also gerade vorhin wirklich nur Skill-Issue. Ich glaube, unsere normale Lebensgeschwindigkeit ist jetzt auch erhöht. Danke, Dark Souls, dass ich meinen Schild nicht heben darf. Das Ding ist, wir haben jetzt die Waffe, aber er ist immer noch, er hat jetzt gleich den Schwanz wieder. Äh, aber okay. Okay, ihn normal besiegen sollte nicht das Thema sein. Ich habe jetzt eigentlich seine Angriffsmuster gut im Kopf. Das will ich euch noch gerade wissen, die Guardian-Tail-Aggs. Was kann die? Das ist eine Dex-Waffe. Ja, also ich sage ja komplett useless, aber ich will sie haben. Da haben wir jetzt eine halbe Stunde verschwindet. Ich bin auch mal gespannt, ob hier nach direkt ein Bond-Fire kommt. Sehen wir mal wieder nicht. Au. Böses Katzi. Böses Katzi. Böses Katzi. Böses Katzi. So, dieser Angriff ist nicht safe zum Punishen. Ich brauche entweder seinen Wellenangriff. Nachdem muss er sich recht lange erholen. Nachdem da theoretisch auch, aber dann ist meistens zu weit weg. Das ist nicht sogar ein Knie ausschauen. Ich bin auch nicht sicher. Ich bin auch nicht sicher. Ich bin auch nicht bes Sharp. Ich bin auch nicht sicher. Okay, er hat jetzt gedacht, ich wäre hinter ihm. Soll mir recht sein. Das hat ihn gestagert. Sehr nice. Okay, das war jetzt Glück, dass er das nicht verpasst hat. Ist okay. Du darfst auch noch mal was anderes machen. Okay, das war jetzt ein bisschen spät-reacted, aber noch gut. Okay, das war jetzt sehr komisch gezielt. Ow. Okay, das wäre jetzt eine Gelegenheit gewesen, ihm nochmal den Schanz abzuschlagen. Aber dafür hätte ich Lock-On lösen müssen. Ja, danke schön. Ist ja nicht so, als hätte ich die letzten drei Minuten damit verbracht, darauf zu warten, dass er sich exposed. Nein. Schon okay. Ich glaube, das eine Set wäre besser gewesen wegen der erhöhten Magic Resist. Aber ich muss eh mal gucken, ob ich meine Rüstung upgrade. Ich habe das Gefühl, hier könnte es tatsächlich, also generell könnte es ein Border-Soft-Trash mehr bringen als im Original. Ich glaube, das ist ein Border-Soft-Trash-Trash-Trash-Trash-Trash-Trash-Trash-Trash-Trash-Trash-Trash-Trash-Trash-Trash-Trash-Trash-Trash-Trash-Trash-Trash-Trash-Trash-Trash-Trash-Trash-Trash-Trash-Trash-Trash-Trash-Trash-Trash-Trash-Trash-Trash-Trash-Trash-Trash-Trash-Trash-Trash-Trash-Trash-Trash-Trash-Trash-Trash-Trash-Trash-Trash-Trash-Trash-Trash-Trash-Trash-Trash-Trash-Trash-Trash-Trash-Trash-Trash-Trash-Trash-Trash-Trash-Trash-Trash-Trash-Trash-Trash Ich glaube, beim Wellenangriff muss ich sogar nach vorne rollen, damit ich direkt konzern kann. Ja, das war klar, dass er das jetzt panischt. Weißt du, wenn ich jetzt nicht angegriffen hätte, hätte er jetzt noch mal gefühlt eine halbe Minute rumgeeiert und nichts getan. Okay, ich habe mich jetzt voll reingedodged, aber es hat irgendwie kaum Damage gemacht. Also nicht im Vergleich zu dem, wie es mich sonst trifft. Manchmal ist die Dark Souls Schadensberechnung auch ein bisschen weird. Jawohl, das war's. Ich glaube nicht, dass er mir jetzt so schnell... Ja. Er ist nicht mal schwer, aber jetzt gerade... Jetzt stellt sich wahrscheinlich gleich raus, nach ihm kommt erstmal kein Bonfire und ich hätte das hier von Anfang auf 20 machen können. Was hier insofern was ändern würde, weil mit mehr Estus spielt man nochmal anders, auch wenn man es nicht unbedingt benötigt. Ich glaube, das nächste Mal, wenn wir mit so viel Seelen in einen Boss reingehen, müssen wir Titanitsplitter kaufen und Notfalls dann einfach in die Rüstung investieren. Das macht, glaube ich, gerade mit tatsächlich noch am meisten Sinn. Okay, das war jetzt ein Glücksfall, dass wir out of range von dem ersten Angriff waren. Weil sonst hätte der jetzt sehr hart gepanischt. Okay, was war das denn bitte jetzt für eine Hitbox? Also den Schwanz hätte ich jetzt locker treffen müssen. Wo zielst du hin? Okay, Glück gehabt. Das ist okay. Kein Grund zur Panik. Wir müssen gleich einmal heilen, sobald er uns die nächste Belegenheit dazu gibt. Zum Beispiel jetzt. Ja, natürlich. Jetzt hat er auf einmal einen Aimbot mit seinem Glitzangriff. Komm, sein braves Kätzchen. Das war nicht ganz gewastet. Wir haben ein bisschen Zeit bekommen dadurch. So, komm schon. Das wird doch wohl zu machen sein. Wenn er uns nicht so trifft. Ja, komm. Gib ihm auf dem letzten Meter noch einfach noch einen Aimbot. So, ja. So viel dazu. Das wird den Bellen angeprobieren gleich mal. Aber ich merke immer noch, ich brauche mehr Equip Load. Wo ist Haralds Ring, wenn man ihn braucht? Oh Gott. Jo. Wenn es uns nochmal gelingen würde, seinen Schwanz abzuschneiden, wäre er halt von hinten sehr verletzlich. Wenn er zweimal noch seine Hinterbeine... Jawohl. Aber die letzten Male hat uns halt immer irgendwie der Giftangriff von seinem Schwanz erwischt. Entweder direkt oder indirekt. Entweder. Entweder. Ähm, okay, ja. Stag ich mich doch einfach mal in den Wein. Stag ich mich doch nicht. 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 Okay, da hätte ich jetzt panischen können. Stag ich mich doch nicht. Kannst du jetzt bitte nicht die ganze Zeit deinen gleichen Angriff spammen. Ich würde den Kampf jetzt auch langsam mal gerne abschließen hier. Stag ich mich doch nicht. Oh. Oh. Klar. Delay einfach. Das ist jetzt gerade wirklich nur Zermürbung, was er hier macht. Vom einen Treffer muss ich gleich noch landen. Boah. Boah. Das ist scheiß Vieh. Seele des Sanctuary Guardian. Was kriegt man denn den? Was kriegt man eigentlich dafür? 45.000 Seelen. Aber was war die Waffe? Die man für seine Seele kriegt. Die man so wie ich das Spiel kennt, wahrscheinlich auch eine Dex-Waffe. So. 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 zum. Toom giant Black Whether hat ja alle Titanidarten. Und ich glaube sogar zu einem besseren Preis als der Typ in San's Fortress. Well an diesem Punkt ist Rüstungs-Upgrades mitnehmen praktisch free. Ähm, wir sollten aber vielleicht gerade mal den Ring hier ablegen. Achso, ich dachte, hier steht gerade Onion Bro, aber nein, es ist nur... Ah, shit. Ich hätte vielleicht mal den Fahrstuhl wieder da hinsetzen sollen. Naja, vielleicht droppen die ja ein bisschen Humanity. Da hätte ich jetzt gerade überhaupt nichts gegen einzuwenden. Bzw. vielleicht können wir doch in Dings investieren, in noch ein zweiteres Level. So viel fehlt uns ja nicht. Und im Moment ist Endurance halt immer noch der beste Stat, den wir leveln können. Okay, soviel dazu. Das wollte ich nicht. Gut, dass ich den Ring abgelegt habe. Aber dadurch, dass wir halt jetzt nicht mehr zur Sun Princess uns porten können, ist das halt jetzt echt kacke mit äh... mit dem Fahrstuhl, dass wir den bewegt haben. Und dann? Ah, Gott. Hm. Ja. Oh, Gott. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 So, liebe Kamera, bitte nicht rollen. So, liebe Kamera. So, liebe Kamera. Hey, da ist noch eine Chest. Da ist noch eine Chest. Äh, ja, da kam man auch hin. Aber wie? Erstmal den Fahrstuhl. So, liebe Kamera. Wir können jetzt auch in die gemalte Welt. Stimmt, das fällt mir auch noch gerade ein. Wir können in die gemalte Welt, wenn wir wollen. Wäre natürlich krass, wenn die Very Large Ember da wäre. Wir werden jetzt gerade ein bisschen zwiegespalten, ob wir das gleich probieren wollen. Das ist, glaube ich, die Anweisung, wie es gewollt ist, aber ich bin ein bisschen zu früh gesprungen. Ich muss an dem Arno Alondo Bonfire auch mal ruhen, damit ich nicht immer hierhin zurückkomme. Ich habe gerade Lust, erstmal in die gemalte Welt zu gehen, weil wir gerade einfach schon mal hier sind. Und das eigentlich auch ein recht kurzes Gebiet ist. Aber gut, wir wissen natürlich nicht, was er da alles geändert hat. Aber Painted World dürfte auf jeden Fall noch immer ein Mid-Level-Gebiet sein. Ich habe den Fahrstuhl immer noch nicht auf die richtige Position gebraucht. Ich habe den Fahrstuhl immer noch nicht auf jeden Fall noch nicht auf jeden Fall noch nicht auf jeden Fall. Ich habe den Fahrstuhl immer noch nicht auf jeden Fall noch nicht auf jeden Fall noch nicht auf jeden Fall. Pick dich, Dark Souls. Tschüss für 23.000 Seelen. Ich habe halt auch echt ein Kackbild für dieses Gebiet da. Ich will die Chest haben. Also so wie die versteckt ist, ist da bestimmt irgendwas Sinnvolles drin. Sage ich jetzt. Und ist da wahrscheinlich, keine Ahnung, blauer... Der blaue Tearstone Ring drin, wenn es hochkommt. Oder irgendwie Humanity. Ich finde ja, da müsste mindestens eine Feuerhüterseele drin sein, damit sich das lohnt. Was immerhin bedeuten würde, dass wir schon die ganze Zeit auf eine zusätzliche Estus-Upgrade hätten haben können. Und etwas, worauf ich natürlich im DLC auch nicht verzichten wollen würde. Also... Also... So, wehe, du springst jetzt weg. Ich hasse es. Ich hasse es. Ich hasse diese scheiß Balken. Ich habe es. Aber das besiegelt jetzt für mich so ein bisschen den Wunsch, doch in die gemalte Welt gleich zu gehen. Weil danach können wir definitiv einen Zwischenstopp beim Giant Blacksmith machen. Ich hasse es. Ich hasse es. So, jetzt warten, bis die Hitbox weg weg ist. Komm, fall runter. So, jetzt bin ich. Okay. So, langsam. Wir machen den Fahrstuhl richtig und dann versuchen wir diese scheiß Kiste zu kriegen. So. Wir müssen so oder so jedes Mal über die Rafter. Wehe, da ist nicht mindestens eine Feuerhüteseele drin, weil sonst ist das nie im Leben worth. Ich werde mir diese Kiste einprägen, dass ich auf jeden Fall weiß für zukünftige Runs, ob sich das lohnt oder nicht. So. Pass auf. Können wir... Wir müssen uns auch noch mehr ausziehen. So, dass wir auch schön schnell laufen können und damit hoffentlich auch ein bisschen weiter springen. Aber ich glaube, das war das, was uns vorhin... Wir waren ja fast richtig. Ich will diese scheiß Kiste haben. Das habe ich mir jetzt in den Kopf gesetzt. So. Pass auf. Grass Crest Shield und wir nehmen mal kurz die Axt, weil die hatte glaube ich ein bisschen schnellere Angriffsgeschwindigkeit gehabt. Wo ist, wo ist sie? Morningstar. Battle Axe. Auf jeden Fall schneller als das andere. Fast Roll haben wir damit auch noch. Okay, ich sehe gerade der grafische Effekt vom Weed Shield fehlt. Aber wenn ich die Statusanzeige richtig deute, dann funktioniert er noch wie gewohnt. Oh. Aber die Kamerafahrten sind dezent. Kann das Spiel bitte nicht autonom die Kamera ändern, wenn ich da durchlaufe über einen sehr schmalen Weg? Ginge das? Okay, das Ding macht natürlich jetzt kaum Damage. Okay, der nimmt jetzt mehr Damage, hat der weniger Rüstung, aber der müsste doch eigentlich die gleichen Sachen haben wie der Rest. Boah, dieser Ort ist so scheiße. Komm her, spring am besten runter. Das macht das für uns alle einfacher. Ja, genau. Sehr brav. Das ist nicht die Art und Weise, wie man es machen soll, oder? Oder? Ich sehe aber gerade keinen anderen Weg. Aber es kann doch nicht sein, dass das so gedacht ist. Man kam da irgendwie rüber. Ich weiß, dass man irgendwie über die, ähm, anderen Vorsprünge darüber konnte, aber ich kriege es nicht mehr zusammen. Ich glaube, es war auch im Original ziemlich useless, weil da nichts war. Meine ich. Ich bin mir ziemlich sicher, dass da nichts war. Auf jeden Fall nichts weltbewegendes. Okay, was auch immer machen wir jetzt beim Telefon. Das ist das, wo das, wo das anzeichnet, dass, äh, ich jetzt von der NSA abgehört werde. So. Okay. So. 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 Da kam man nicht vorbei. Boah. So. So. Die Statue? War die Statue nicht irgendwie noch... Aber dann komme ich ja nicht wieder hoch. Ich muss diesen Sprung schaffen. Aber wie? Würde es was bringen? Wenn wir... Da ist offen. Warte, da ist eine Treppe. Doch, da ist was, aber... Okay, okay, da ist eine Treppe. Soviel zum Thema, da oben war nichts. Aber wenn da eine Treppe hinführt, muss da ja nicht was gewesen sein. Ich bin irgendwie... Ich habe mich da irgendwie überhaupt nicht dran erinnern, dass da irgendwas Windvolles gewesen wäre. Ähm, wo ist denn jetzt die Giant Club? Da. Ich bin einer Ich bin einer Wahrscheinlich ist die Treppe fake. Und ich muss doch den Sprung machen. Ich sehe es kommen. Ach, hier liegen ja noch alte... Achso, das sind die, die runtergefahren sind. Mensch, die wollen alle zu mir. Wie schön. Oh. 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 Aber hier ging es auch nicht hoch. Also ich merke, der Streamtitel ist schon mal auf jeden Fall jetzt nicht mehr zutreffend, weil wir sind nicht mal in der Nähe des DLCs. Genau, wenn ich backstabben will, dann funktioniert das vorn und hinten nicht. Aber sobald die backstabben wollen, natürlich. Spiel. Aber ich habe jetzt gerade auch keinen Weg rauf gesehen. Wait, ich möchte jetzt kurz wissen, gibt es eine Treppe? Arnor, Londo, Chandelier. All stair. Nein, 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 nicht die. Okay, die Chest gibt es schon im Original. Du kannst auf die Plattform springen, die die Statue hat. Was? Habe ich aber vorhin nichts gesehen. Okay. Also ich hatte vorhin nichts gesehen von irgendwie von einem Durchgang, den man von da aus erreichen könnte. Original hat sie nur ein Divine Blessing, also komplett useless. Aber wenn der Modder nicht ein kompletter Troll ist, sondern vielleicht mal so eine Chest, die ja nicht mal unbedingt... Also ich würde mal hoffen, die kennt nicht jeder, beziehungsweise ich weiß nicht jeder, wie man da hinkommt. Könnte man da ja auch durchaus mal was verstecken, was ein bisschen nützlicher ist. Ah, von der Plattform aus... Doch, ich glaube, links oder rechts kann man irgendwo reinspringen, da war was. Komm, fall runter. Und tschüss. So, pass auf, wir gehen die Leiter runter. So, auf dieser Plattform. Und da kann man... Ah, okay, man kann hier links und man kann hier rechts. Aber da darf man nicht durch, weil da eine fucking Wand ist. Hä? Small Archway, right below the chest. Ja, das ist das da, aber... Da machen die da eine unsichtbare Wante. Beziehungsweise sagen, dass... Das zu schmal ist. Für einen normalen Menschen. Ist ja schlimmer als bei den Schlümpfen. So, wenn ich da jetzt dachte, will ich den... ...den Aufzug nicht rumstellen. Wir sind einfach fast anderthalb Stunden dabei. Wir haben noch nichts erreicht hier. Doch, wir haben einen Boss besiegt, aber... Das würde ich jetzt nicht gerade als Fortschritt betrachten. ...und, das würde ich schauen. Oh. Komm zurück. Komm, ich wäre da schon längst runtergefallen. Komm, ich bin da schon längst. Seriously? Ah Mensch, du bist ja auch hier. So, hier ist nichts drin. Dick. Dich. Einfach so ein Covenant-Item, was keine Sau haben will. Glaub ich ja eh, wie es mit den Covenants hier aussieht. In Ermangelung von richtigen PvP und so. So, ab in die gemalte Welt, der Rest ist mir jetzt auch egal. All right. All right. All right. All right. So, lasst mich in Ruhe. Ich will mir nur das Gemälde begutachten. Also, das Intro... Vorbei war etwas weg. Was habe ich verpasst? Wir haben einen Boss besiegt. Ich habe gerade bestimmt eine halbe Stunde damit verbracht, einen Sprung zu einer Scheißkiste zu versuchen, der komplett unnötig war. Einfach nur, weil ich den eigentlichen Weg nicht kannte. Wir haben nicht wirklich was erreicht bis jetzt. Also, das wird sich auch im Bot niemand antun. Falls es sich jemandem ein Bot angetan hat, bitte einmal kommentieren, ja? Damit ich mich gut fühlen kann. So, willkommen in der gemalten Welt. Wir dürfen nicht warpen, oder? Genau, Ability blockt by Old Magic. Das heißt, wir sind jetzt hier erstmal ein bisschen stuck, aber das ist okay. Ich glaube aber, hier ist die... ist der... Okay, wir sind toxic. Ich würde behaupten, hier ist der eine Regenbesser als den ganzen... Ich muss den Countdown und den Timestamp schreiben. Das ist eigentlich total unnötig, weil ich immer Kapitel reinmache. Ich wollte halt eigentlich ja den DLC machen. Ja, fick dich, Spiel. Du kannst mich doch nicht so toxic machen. Ich wollte ja eigentlich den DLC machen, haben wir auch den ersten Boss gelegt. Und dann wollte ich eigentlich mit den Seelen... Ich wollte nach Anor Londo, um meine Rüstung zu upgraden. Und die Seelen haben wir jetzt verloren, aber dann ist mir eigentlich... Weil, dass wir ja jetzt auch hier hin können. Wie soll ich den bitte ausweichen? Jetzt mal ehrlich. Wie soll ich das denn machen? Weil ich glaube, mein Poison Resist Ring... Ich glaube, der macht ja nichts gegen Toxic. Das kann doch nicht die Idee sein, dass ich jetzt vor dem weglaufe. So viel von dem Moos habe ich jetzt auch nicht. Er weiß natürlich auch genau, wo ich bin. Alter. Diese scheiß Harping, ne? Kommt ihr runter? Du kommst runter? Boah. Aber ich habe die Wolke gehörten, deshalb bin ich natürlich jetzt sofort toxic. Aber das war schon im Original nicht unbedingt... Blood Shield, warte. Das gibt einem Toxic Resist, oder? Oder? War das so? Boop. Boosts various resistances, warte. Ja, ein bisschen, aber... Was hat der für... Was hat der sonst für... 92 Physical? Gut, der Physical Damage ist mir hier relativ egal, aber ich glaube, so viel bringt mir das jetzt nicht. Probieren wir es mal kurz, aber ich denke mal wahrscheinlich, ein Treffer wird immer noch genügen. Jawohl. Was für eine nützlose Kacke. Ich meine, hier kann man halbwegs gut Seelenperren. Ich glaube, ich muss ihn, glaube ich, mit der Spitze von meiner Waffe muss ich ihn treffen. Ich glaube, dann habe ich eine Chance, dass ich der Wolke entgehe. Bruh. Ich will doch einfach nur den töten, damit mein Evil Eye Ring funktioniert. Aber weißt du, was der größte Troll an diesen Gegnern ist? Die haben die schwächste Waffe im Spiel und die nehmen dich damit komplett auseinander. Alter, ich sehe auch gerade das Gebiet hat einen anderen Namen als sonst. Oh, das ist ja schlimm. Oh. So, den Altbogenschützen oben lassen wir in Ruhe. Ist irgendwas da unten? Dann haben wir schon mal zwei tot. Und nochmal drei ist tot. Okay, dann ist das hier wirklich ein Midgamegebiet. So, das müssen wir dann gleich holen. Okay. Oh. Ich glaube, das Bonfire sollte ich kindeln. Sorcery, hush! Danke, Dark Souls! Aber okay, einfach das Toxic ignorieren. Das ist tatsächlich gar nicht mal so viel Damage. Das ist auch so komisch. Der gleiche Status-Effekt kann halt, je nachdem wo und von wem du ihn kriegst, komplett unterschiedlich reinzwiebeln. So, hier steht auf. Hier kommt sie rüber. So, ich muss aber nochmal da rüber. Ja, einmal für den Blutbleck. Einmal, weil da noch eine Leiter war. Auch schön, wenn man schon sieht, dass er kommt, aber ihn noch nicht angreifen darf. Ah, da läuft wieder einen Chinchiller. Okay. 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 Mich interessiert aber gerade wirklich, gibt der Poison Resist drin? Gibt der auch Toxic? Aber ich meine, die beiden Status Effekte gehören ja auch so ein bisschen zusammen. Und ich glaube, es gibt keinen Regen speziell für Toxic. Meine ich. War der plus der Blood Shield, könnten vielleicht zusammen sogar was bringen. So, wir haben genug Seelen für ein Level Up. Das wollen wir vielleicht mal gerade nutzen. Ganz ehrlich, hier will ich mit 20 Estus durch. Also gerade, wenn ich den Damage Over Time Effekt nicht verhindern kann. So, Level Up. Mehr Ausdauer. Mehr Equip Load. So, pass auf. Hinten wir auch mal kurz. Den. Und den. Ah, das bringt nichts, oder? Nee. Bringt nichts gegen Toxic. Rein gar nichts. Dann ist der Evil Eye Ring definitiv besser. Einfach um den ganzen Sammels-Schaden so ein bisschen abzufedern. Klar, er ist jetzt gestaggered dadurch, aber er hat keinen Schaden genommen. Anhalt für den Hm? Ja. Das war's. Okay. Huch. Das war eigentlich nicht das, was ich wollte. Okay, hier sind nur den Schinchillers. Das ist also nicht der Ort, wo ich vorhin war. Die Viecher haben aber mehr Angst vor mir, als ich vor ihnen. Das sind gar nicht so Akku. Das sind ja glorifizierte Health Packs gerade. Achso, du hast ihn gerade Schinchiller genannt. Ja, ich nenne sie schon die ganze Zeit Schinchillers. Ich nenne inzwischen irgendwie alles, was klein ist, Schinchillers. Zumindest wenn es ein Nagetier ist. Also auch die Diva in Skyrim. Klein. Ja, ist halt ein bisschen groß gewachsen. Mein Gott. Aber wann ist für dich etwas groß? Kommt auch so ein bisschen natürlich drauf an, von was wir hier reden. Ich sag mal so, wenn wir rausgucken, von unserem Fenster aus, kannst du halt gut gegenüber in den Park schauen. Da siehst du natürlich immer die Leute, die dann mit ihren Hunden spazieren gehen. Und wir denken uns bei manchen Hunden halt wirklich so, unsere Schinchillers würden den fressen, wenn sie keine freien Pflanzenfresser wären. Das ist so praktisch, sobald du einmal Toxic hast, ist natürlich der Effekt auch komplett wirkungslos gegen dich. Also du kannst ja nicht nochmal Toxic kriegen. Kann das nicht in der Realität auch so funkieren? Sobald du krank bist, kannst du nicht noch kranker werden? Also du kannst nicht mehr als eine Krankheit gleichzeitig haben? Weißt du, wie OP das wäre? Wurzbein im Park. Das wäre sehr hilfreich, deinen Standort zu finden. Wenn er nicht eh öffentlich wäre. Ja, definitiv. Ich muss ja sagen, dass das in Deutschland praktisch, wenn du nicht gerade irgendwie ein Unternehmen am Laufen hast, also wenn du dich über ein Unternehmen präsentieren kannst, dass es halt normal ist, dass du dich doxen musst im Internet. Das kannst du halt auch niemandem außerhalb erklären. Ich sage mal so, ich glaube, das eine Mal, dass ich jemanden wegen einer Internetangelegenheit anwaltlich beglücken durfte oder musste, gab es, glaube ich, auch kein Impressum, auf das ich mich hätte berufen können. Ich meine, ich hatte zwar einen Namen, aber von YouTube habe ich auch nicht viel mehr als eine E-Mail-Adresse bekommen. Okay, wir verrecken gerade. Mal sehen, ob wir es doch zum Bonfire schaffen. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, nicht. Wir infizieren einfach jeden Menschen etwas harmlosen und alle anderen Erregerheiten sich dann an dem Weg gilt nur eine Krankheit pro Person. Ja, weißt du, wie OP das wäre? Dann würden die Leute wahrscheinlich wirklich so Erkältungspartys machen, so wie es jetzt die ganzen, wo es die ganzen Impfgegner mit den Masern-Partys handhaben. Weil es halt tatsächlich, das würde vor allem Schlimmerem schützen. Sag mal so, dann würden auch wirklich alle Krankheiten bis auf die alleransteckendsten aussterben, weil alles andere sich nicht weiter verbreiten können. Aber ich muss jetzt gerade, weil du gesagt hast, harmloser Erreger, muss ich gerade an, ähm, weil ich letztens nochmal was dazu gelesen hatte, an das Spiel, The Turing Principle, äh, ne, The Turing Test, so rum. Ich habe jetzt gerade oriental das Prinzip gedacht, ich meine, äh, The Turing Test, ähm. Kann ich übrigens auch empfehlen? Ist so ein bisschen, so, äh, so, halt ein Puzzle-Game, so ein bisschen in, äh, ich will jetzt nicht sagen Portal, aber es ist schon auch irgendwie Portal, ohne Portale halt, aber vom Vibe her. Und sagen wir, ich sag mal so, viel mehr kann ich nicht sagen, um den, äh, großen Plot-Twist, äh, ohne den zu spoilern. So, Kindle. Mal sehen, ob wir hier dann auch einen, äh, einen NPC-Invader haben. Äh, The Turing Test. Das, äh, benannt nach diesem Test, mit dem du halt testen sollst, ob eine KI einen Menschen imitieren kann. Nein. Oh, Gott. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. kein Plan ist ja nur ein Computerwissenschaftler, der unter anderem so Sachen gemacht hat, wie wichtige Leistungen, um Enigma zu knacken ich schreibe es gleich mal in den Chat hey, da ist irgendwas, was ich gerade anvisieren kann Enigma hast du richtig geschrieben ja, das war die Verschlüsselungsmethode, die die Nazis verwendet haben galt mehrere Jahre lang als praktisch nicht knackbar weil die Verschlüsselung, glaube ich ich glaube, die ist halt ja, die ist im Prinzip halt auch irgendwie so ein bisschen so ein Vorläufer für moderne Verschlüsselungstechniken Moment, ich schreibe mal kurz in den Chat Ah, kam ich an das Item auch anders hier ran? naja, muss ich, ne? weil das da kann ich vergessen den Sprung, da prall ich nur ab hat er den Quantencomputer benutzt? ich weiß tatsächlich gar nicht genau wie es funktioniert hat, aber es ging darum, dass sie einen der ersten Entschlüsselungskomputer gebaut haben es gibt auch einen Film darüber also basierend auf der Story mit Benedict Cumberbatch also allein wegen Benedict Cumberbatch kann ich den Film schon empfehlen so ganz accurate ist der, glaube ich, nicht The Imitation Game The Imitation Game haben sie das auf eine bestimmte Weise rausgefunden aber da haben sie es halt auch stark vereinfacht also da haben sie so ein paar andere Durchbrüche die sie vorher hatten unterschlagen und so hilfreich war dieser Plot Twist den sie da hatten, glaube ich, auch in der Realität gar nicht laut Steam ja, dann weißt du ja dass du das spielen musst ach, hier ging es ja auch noch lang blutroter Moosklumpen aber waren die blutroten nicht für hä? waren die blutroten nicht irgendwie für Blutschaden? ja, Bleeding Build Up muss aber auch der Wildspiel nach der Logik ja, ich habe ja nicht so einen Zwang ich habe nur diese Stimme in meinem Chat aber ich glaube, ich muss meine Haltung zu Nicht-Siedler-Titeln auf Twitch sowieso massiv überdenken was ist denn Zwang? ja, habe ich doch gesagt die Stimme in meinem Twitch-Chat zum Glück ist sie nur in meinem Twitch-Chat und nicht in meinem Kopf so, ich wollte jetzt gerne mal den ersten Shortcut freischalten aber wahrscheinlich hat der Modder sich gedacht nope du dafür brauchst jetzt irgendeinen Schlüssel willst du jetzt an der S4-Community nachgeben und nur noch S4 spielen? ähm, ja, sieh mal den Chat also ich weiß jetzt nicht da ich ja meine Zuschauerzahl stets abgeschaltet habe ist der Drache weg? ne, der ist weiter hinten, oder? der ist nur weiter hinten ich dachte schon, der Drache ist weg ähm hat es halt nicht, finde ich, nicht so viel Sinn ich muss echt überlegen also ich will auf jeden Fall Dark Souls also das hier will ich auf jeden Fall noch zu Ende machen ähm okay Fire Sage Demon ist hier der gehört aber eigentlich nicht hierhin sei zu schön ja, dann bist du der Einzige weil ich glaube, dass ich das im OBS aufhabe zählt, glaube ich, auch automatisch als einer also entweder das oder irgendwer lurkt noch ich komme da nicht rüber, ne? ich muss, glaube ich, irgendwo unten dahin das heißt, ich muss am Fire Sage Demon vorbei der ja an sich nicht das Problem sein sollte, aber gut, ich habe eine Förderung zu 100% in der Community bekommen ja, muss ich sagen mal so ich glaube, es tut niemandem gefallen also ich denke mal also ich will Stardew Valley schon noch zu Ende machen und halt das hier aber ansonsten macht es, glaube ich, Sinn sich auf Siedler zu beschränken Minecraft als gelegentliches Ding soweit ich da Bock drauf habe und halt Spiele die man in einer Session oder zwei durchhaben kann also sowas wie gelegentlich mal ein Deltarune Chapter oder halt auch, wie gesagt, Outer Wilds so das wäre Dark Souls der Kampf hat noch nicht mal richtig begonnen what the fuck ich glaube, ich muss von ganz oben reinspringen, oder? wahrscheinlich sagt das Spiel aber dann wieder nope der hat keine Kollision, wenn du runterspringst und du nimmst vollen Fallschaden dadurch Hi Evil ein Siedler boah, Leute da mache ich mal zwei lange Siedler-Streams und schon gewöhnen sich die Leute dran das ist ja wie bei Junkies also Outer Wilds wird man deutlich seltener etwas durch die Wand getötet ich sag mal so das kriegen wir jetzt in dem Fall aber auch nur weil dieser Boss da eigentlich nicht da sein sollte ist ja Boah, nicht runterfallen. Ähm, achso, er ist hier oben. So, ich will nur gerade meinen Blutsplitter zurückhaben, meine Blutlarve. 1.500 Damage. So, schön gucken, dass wir hinter ihn kommen. Ich brauche jetzt, wir prallen nicht irgendwie gegen ihn. Okay. Wenn ihm jetzt einfällt, einfach schreiben, dass er Outerwise spielen soll. Okay. 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 Das ist so viel mit ich übel. Okay. Die Tür ist schon auf. Nee. Die Tür ist normalerweise auch schon auf. Das ist nichts besonderes. So, die Tür ist jetzt wahrscheinlich irgendwie verschlossen. Nein, ist sie nicht. Wir dürfen sie aufmachen. Sehr nice. Dann können wir nämlich auch direkt leveln. So, diese Fahrlangs. Es gab ja auch eine Möglichkeit, mit der XP zu farmen. Aber ich glaube, dafür brauchte man auch spezielle Zauber. Das ist verschlossen. Oh, die gemalte Welt ist tatsächlich eines der besten Gebiete in diesem Spiel. Effigy Shield. Ich habe gerade gar nicht mehr im Kopf, was das konnte. Soul of a Pyromancer. Was macht das Effigy Shield? Schützt gegen göttliche Waffen und Lightning. Aldering Skull. Ja, es hat funktioniert. Ich bin hier runtergesprungen dafür. Ich wollte schon sagen, das hier sieht so nach Secret Wall aus. Hallo? Ja, danke, Spiel. Ich will angreifen und er springt natürlich voll rein. Black Flame. Eine Pyromancy Flame habe ich, oder? Weil ich dies nicht gut gradet. Aber ein Dark Souls 1 braucht Pyromancy ja noch keine anderen Stats. Okay, hier ist der eine Schlüssel. Ich glaube, damit können wir wahrscheinlich in das Gebäude, wo wir vorhin an der Tür waren. Wir müssen immer noch den Weg rausfinden. Und ich kann mein Schild jetzt nicht gegen die Laterne tauschen. Ähm, ist der grad... Warte, ist der hier grad einfach in die Existenz geploppt? Bruh. Warte, ist der Geheimweg schon vorher da gewesen? Ich finde, es wird gut, dass die Phalanx hier einfach in dieser Cutscene komplett fehlt. So, der Weg zum Boss ist frei. Wir haben die Hälfte des Gebiets noch nicht gesehen, aber okay. Ich wusste nicht, dass es hier in den Raum einen geheimen Weg gibt. Aber ich glaube, da drüben bei der Fackel ist, glaube ich, der normale Eingang hier. Ich glaube, ich bin noch nie über den Brunnen hier reingekommen. Ähm, du... Bist eine richtige Küste. Okay. Das ist gar nicht Blossom. Klingt aber auch wieder nach Blutung. Restore health temporarily. Was? Aber im Sinne von Gesundheitsregeneration, oder? Und nicht im Sinne von du kriegst die Gesundheit, aber nach x Sekunden verlierst du die Gesundheit wieder. Das wäre irgendwie ein bisschen... Das hätte irgendwie, glaube ich, einen komischen Use Case. Ah, okay. Ja, von hier aus. Hier sind wir. Rest shield. Ich habe keine Ahnung, was ich damit will, aber okay. Aber wie komme ich... Warte, wie komme ich da oben rauf? Ach, okay. Das sind... Das sind die. Verstehe. Das sind die. Wow So, hier kommt, wenn man menschlich ist, ja im Base Game ein Invader. Das muss bestimmt hier auch so sein, aber wir sind nicht menschlich. Ähm. Was machen die drei denn? Okay, und sie sind schnell unterwegs. Das sind Fast Boys. Will ich mich mit denen anlegen? Ich glaube, sie lassen mir keine andere Wahl, oder? Hier, Titanitsplitter. Okay, nope, 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 nope. Raus hier. Wie komme ich hier raus? Okay, sie wissen gerade nicht, was sie hier tun. Aber ernsthaft, wie komme ich hier raus? Fuck. Ich kann jetzt nicht da 20.000 Seelen rumliegen lassen, also irgendwie muss das gehen. Ich glaube, da, da war der, der Weg raus. Wir könnten theoretisch jetzt zum Boss. Aber es gibt noch Bereiche, die wir noch nicht abgesucht haben. Könnte man nicht... Nee, oder? Man könnte doch... Könnte man nicht ein paar von den Käfigen noch aufmachen? Kann ich einen von denen triggern? Geht das? Sorry, Boys, aber zu dritt seid ihr mir ein bisschen zu viel. Weil ich überall hängen bleibe und die nicht. Okay, einer ist down. Trinkt aber nichts, wenn die jetzt respawnen. Da muss doch irgendwas passieren, wenn man die alle drei tötet, oder? Ich kann mir nicht vorstellen, dass dann gar nichts passiert. Kann ich einen Zauber einstellen? Nee, ne? Ich habe keine Attunement-Slots. Mit Black Flame. War er ja gut genug, um das zu rechtfertigen. Ich meine, so langsam bräuchte ich, glaube ich, mal eine... ...ne Option, die Ranged hilft. Und dazu kommt ja auch noch, unter Umständen bekommen wir ja noch Power Within. Das heißt, ein Attunement-Slot ist vielleicht keine schlechte Investition. Okay, die respawnen also. So, auf der Grundlage, dass ich sowieso Bärenangriffe nicht blocken darf. Nutze ich mal keinen Schild. Ich habe aber nur zwei von denen gebrüllt, das ist okay. Okay. Titanite-Chunk! Ähm, warte, wo ist der dritte hin? Ist der runtergefallen? Hä? Aber die waren doch für alle drei noch da. Also, die sind respawned. Also, zu den Titanite-Chunks sage ich nicht nein. Also, das ist okay. Sehr gerne. Da freuen wir uns dann, wenn wir die... ...very large Ember haben. So, ich müsste jetzt auch leveln können, oder? Ja. Attunement. Ja, komm, machen wir einfach mal. Gibt uns da im Moment nur ein bisschen Resistenzen, aber okay. Ich glaube, zehn brauchen wir für den ersten Slot. So, die Torchbros sind immer noch OPS-Fuck. Haben wir ja von der Weinen auch festgestellt. Da hat jemand dunkle Magie. Warte, der Gegner... Ist der Gegner im Original Dark Souls? In der Form? Okay, das war die Phalanx. Weil ich wüsste gerade gerne, ob das... ...ob die Silberkette auch gegen den hilft. Weil das ist ja... ...sind ja die gleichen Angriffe, wie auch Manus sie hat. Hier ist schon ein Termin für Outer Wilds. Oder hast du das gespielt, während ich recht brauche? Ja, definitiv. Kennst mich doch. Jedes Mal, wenn du deine 15 Minuten Pause machst. ...gehe ich los und spiele Outer Wilds. Und da ich es ja bereits kenne, ist es ja auch in der Zeit absolut möglich. Ach Mist, jetzt buffen die sich gegenseitig. Aber ich muss die töten, weil sonst... Sonst kommen die ja mit ihren Scheißsperren. Ja, der bewegt sich viel zu menschlich. Das ist, glaube ich, ein neuer Gegner. Beziehungsweise wahrscheinlich nicht respawning NPC. Der sieht so ein bisschen aus wie... ...Wie The Witcher. ...Painted Catalyst, ja. Der braucht auch Humanity. Ich glaube, der respawnt auch nicht. Der sieht so ein bisschen aus wie The Witcher im Bademantel. Machst du eigentlich 15 Minuten weg, dann kurz ein Speedrun. Oder... ...Gibt es eine Outer Wilds-Speedrun-Szene? Ernstgemeine Frage. Lohnt... Also, ich weiß, dass es... Ich glaube, für Mist gab es das. Wo du, glaube ich, auch... ...wenn du die Rätsel weißt, kannst du zum Ende skippen einfach. Ich glaube, da musst du wirklich deine Klickgeschwindigkeit optimieren. Oder irgendwie mit... Ich glaube, es ist sogar fast nur noch mit Tool-Assisted. Ich glaube, es war Mist. Erstaunlich viele Kategorien. Ja gut, ich meine... Ich meine, für Super Mario Audis... ...gibt es ja auch so lustige Kategorien... ...wie Nippel-Percent und so. Also, die Eastern-Arme. Die sieht sogar halbwegs passend aus. Auf jeden Fall hat sie deutlich bessere Stats... Aber sie ist halt... Das ist eine schwere Rüstung. Shit. Schade. Speedruns sind mittlerweile so 10 Minuten lang. Ich habe heute noch ein Video gesehen von... ...Getting Over at the Speedruns. Die sind jetzt... ...unter eine Minute gefallen. Okay, ich erinnere mich... Ich glaube, hier sind wir im Undine-Run auch durchgelaufen. Unter eine Minute. Also, du kannst... Es hat jetzt um mich irgendwie die erste Person... ...das Spiel unter einer Minute geschafft. Das sieht nach Ember aus. Oder? Hello, Ember. Gut, das passt auch irgendwie hier zu dem Gebet. Weißes Titanit. Können die Harpien bitte nicht durch die Decke springen, um mich zu grabben? Ginge das? Ich hoffe, dass hier wenigstens mal die Dropraten von den PvP-Items... ...irgendwie angepasst wurden. Auf der Grundlage, dass du ja hier kein PvP hast. Weil das hier ist einer der Gegner, von denen man die normalerweise farmt. So, ich bin hier auf der Preise. Am wenigstens schon mal eins. Titanite Shunk. Also, es ist ein Late-Game-Gebiet... ...also, Mid-Game-Gebiet. Aber sie geben die Materialien fürs Late-Game. Ich meine, gut, es ist eine Secret-Area. Also, es passt schon, dass hier auch ein paar gute Sachen sind, aber... ...seele eines Diebes. Und Titanite Slap. Davon haben wir jetzt sogar schon zwei. Ich bin sogar weggerollt! Spiel! Gibt es Outer Wilds nicht auf GOG oder so? Ich glaube, hier könnte man voll gut Level farmen. Mit dem einen Ring. Ich meine, wir firsten ja auch die Phalanx gut weg. Also, da braucht man nicht mal irgendwie fancy Pyromancies oder so. Wie man es normalerweise macht. Gibt es nicht? Mensch. Das ist aber schlimm. Ich glaube, wir haben gerade die ultimative XP-Farm-File geschaltet. Kannst du dich wohl nicht rausreden. Habe ich auch nicht nötig. Du kannst dir jetzt aussuchen, was, äh, dir lieber ist, als, äh, als Enttäuschung. Dass ich meine Zuschauer anlügen würde. Von denen ja 50% du bist. Oder, dass ich, äh, eine Straftat begehe. Der Outer Wilds-Speedrunning-Kart liegt bei 749. Mensch, dann würde ja deine Pause sogar fast reichen, dass du es zweimal durchspielen könntest. Wenn du ein Speedrunner bist. So, ganz ehrlich. Die Harpien sind ja okay, wenn du sie einzeln bekämpfen kannst. Aber nicht, wenn, wenn sie zu zehnt gefühlt sind. So, ganz ehrlich. Ähm, okay. Jetzt kann ich in dem Loch nichts machen. White Titanite Shunk. Als auch da, ob das Loch komplett useless ist. So, pass auf. Ich renne nicht mit 32.000 Seelen zum Drachen. Straftat wäre mir natürlich lieber bei den Hinguckungen schon Gesetze. Versuchst aktiv mit deinem Playfood zuzuteilen und ihm nur anderen zu zeigen. Was schon sass ist. Das ist wahr. So, pass auf. Wir haben gerade Menschlichkeit. Wir machen uns menschlich. Ich will wissen, ob hier ein NPC-Invader kommt. Attunement. So, Attunement Slots. Plus eins. Black Flame. Und dann müssen wir bei Gelegenheit mal die Pyromancy Flame upgraden. Ich weiß gar nicht, ob ich die überhaupt noch voll upgraden kann. Weil ich ja... Äh, Quilos getötet habe. Und anscheinend Quilana das ja nicht so geil fand. Warte, die respawnen nicht. Die drei. Okay, gut, ergibt Sinn. Aber das... Ah, das erklärt, warum ich vorhin wahrscheinlich nur zwei. Wahrscheinlich war der eine nicht richtig reingespawnt. Und es hat wieder verschwunden. Und es war irgendwie gescriptet, dass ich dann nur noch zwei töten musste. Aber kein NPC-Invader hier. Das enttäuscht mich gerade ein bisschen. Es gibt übrigens eine Outer-Widespeed-Sport-Kategorie, wo man das Spiel ohne Raumschiff schaffen muss. Ganz ehrlich, wäre da nicht die Tatsache, dass, äh, dass Seth Lidler ja inzwischen ziemlich gemoddet ist, könnte man wahrscheinlich den Vegan-Run sogar in eine eigene Kategorie hochladen. Ich bin versucht, dieses Gebiet hier zwischen den Streams mal maximal zu abusen. Auf die Gefahren, dass wir dann für das restliche Game komplett überlevelt sind. Und... Ballering-Dragon-Crest-Rain. Okay, ich dachte schon, er wacht nicht auf. Okay, Black Flame ist ein glorifizierter Nachwärts. Warte, hier... Ja, das konnte man doch abusen, oder? Weil er nur da vorne das Gebiet... Okay. Ich hatte irgendwie... Aber irgendwas ging da. Da gab es irgendwie einen Safe-Spot, den du ausnutzen konntest bei dem. Outer-Widespeed-Runs. Von so Leuten, die sich von dem Spiel nicht trennen können, die nicht akzeptieren können, was sie alles geschafft haben, was zu schaffen ist. Ähm, ja, so kommen Undertale-Genocide-Runs zustande. Manche gehen damit um, indem sie Speedruns laufen und andere betteln Streamer an, dass sie spielen, damit man es so sehen kann. Wir müssen alle mit irgendeinem Problem irgendwie klarkommen. Oh, mein Mann... Oh, mein Mann... Oh, mein Mann... dass ich dann angefangen habe, ein neues Siedler in meinem Kopf zu designen. Ist das nicht auch irgendwie ein Anzeichen dafür, dass ich nicht akzeptieren konnte, dass ich siedlertechnisch alles an Content gemacht habe, was es zu machen gibt? Besser doch ein paar Missionsguides, die halt noch fehlen, aber da bin ich jetzt halt zu zwei Dritteln durch. Wake the fuck up. Weiß ich, da kann man zumindest eigene Messen machen oder so, das Skripten, aber ja. Gibt es keine Modding-Tools für Outer Wilds? Was für ein krasser Boss-Fight. Ach, da ist noch so einer. Dragonscale. Es gibt tatsächlich eine Modding-Community. Ähm. Hä? Was bist du? Okay, das ist neu. Ich hab nochmal drüber nachgedacht, selber Modding dafür zu lernen, aber ich glaube, es wäre sinnvoll, gleich ein eigenes Spiel zu machen. Ist Outer Wilds technisch so komplex? Oder technisch so kaputt? Ich sag mal so, ich glaub, bei Siedler wäre es einfacher. Also so oft auch, wie ich die Leute bei Settlers United, die ja die ganzen technischen Sachen machen, höre, wie ich sagen, ey. Das hat da Dubai damals so einen Rotz fabriziert. Ich würd's halt am liebsten komplett neu schreiben. Hm? Was ist das? Bis zum nächsten Mal, wir können noch ein Schmack-Fight. Das gehört am liebsten. Wir können noch ein Schmack-Fight. Wir können noch ein Schmack-Fight. Wir können noch ein um in die Pfle, das geht mir so einem Raum und uns machen. Wir können noch ein Schmack-Fight. Das geht mir so einen Schmack-Fight. Das geht mir so einem Schmack-Fight. Nein, ich meine nur, dass meine Mühe eventuell besser investiert wäre. Na gut, ich sag mal, so Mods machen sich ja auch durchaus gut als Lebenslaufbereicherung. Die File-Scar-Mord für Skyrim ist aus dem Grund entstanden, weil ich glaub, der, äh, ich glaub, sogar ursprünglich wirklich, weil der Typ sich bei Bethesda bewerben wollte. Ich weiß aber, wie gesagt, gar nicht, also ich hoffe, dass er den Job bekommen hat. Wow. Ach, jetzt ist das so ein Dude. Will ich mich überhaupt mit dem anlegen? Eigentlich nicht, oder? Okay, ja, aber guckt euch das an. Dadurch, dass er so ein riesiger Typ ist, hat er einfach weniger HP als die drei kleineren Ritter. Das muss man auch nicht verstehen. Eigentlich spiel ich sogar fünf gute Ideen von einer Outer Wilds-Mod eher null. Ähm. Warte. Ich darf aber raus, oder? Ja, ich darf raus. Sie schläft? Nee, sie sitzt einfach nur. If thou hast misstept into this world, plunge down. If thou seekest I, thine Desire shall be rebutted not. Thou must return. This land is peaceful, it's inhabitants kind. Mhm, hab ich gemerkt. You does not belong. I beg of thee. Thou must return. This land is... I beg... Also... Jetzt kriege ich dezenten schlechtes Gewissen. Zeit ist ja wertvoll. Ja, das weiß ich. Warum bewegen sich ihre Lippen nicht? Weil Dark Souls keine Lippensynchronisation hat. Thou must return. Irgendwie habe ich gerade mega... Also, auch mit der Musik. Ich habe gerade wie voll das schlechte Gewissen, sie zu töten. Ich meine, ich will ja auch nicht ihre Seele oder so. Also, ich wüsste nicht wozu. Wir können ja später immer noch hier hin. Oder? Also, ich meine, wir können auf jeden Fall durch das Gemälde wieder hier rein. Aber da wir ja jetzt einmal durch sind, können wir jetzt auch warpen? Also, ich glaube, in die Welt warpen ging, glaube ich, immer, oder? Ich glaube, nur raus war ein Problem. An einem Lippen sind kurz zu anstrengend. Das Ding ist, meistens guckst du die Charaktere ja auch nicht so genau an. Beziehungsweise, die Charaktere tragen Helme oder so. Und man muss bei Dark Souls auch dazu sagen, beim ersten Teil hat denen die Zeit an allen Elmen gefehlt. Das merkst du halt gerade an der zweiten Hälfte des Spiels. Ich weiß aber gerade gar nicht, ob es in späteren Teilen eine Lippensynchronisation gibt. Weil es ganz ehrlich bei dem Game keine Sau interessiert. Aber wolltest du direkt sagen lassen, das geht doch nicht. Dann können die doch nicht alle so hochgestochen mit dir sprechen. So, ich will jetzt wissen, kann ich da hinwarpen und kann ich da rauswarpen? Weil sonst muss ich, glaube ich, Priscilla wirklich töten. Selbst ich, jemand, der nichts mitbekommt, bekommt, dass sich die Lippen nicht bewegen. Es ist mir halt bei so Spielen echt egal. So, wenn ich warpen darf, wäre es gut. Weil dann würde ich jetzt nur noch zum Giant Blacksmith rennen und meine Rüstung upgraden. Und dann wieder ins DLC zurückkehren. Hat sich ja auch komisch, dass man da nicht hinwarpen darf. Also, dass man da jedes Mal wieder durchs Darkroot Basin warten muss. Also ein paar von den Bonfires, also ich verstehe nicht, warum man da die Warpfähigkeit rausgenommen hat. Cloyster of Exiles. So, darf ich da jetzt auch rauswarpen? Bei Otter Wilds gibt es bei so many Boys, die Boys eigentlich hinzufügt, aber so weiß ich, was nur Englisch. Äh, ja, schick mir die ruhig mal. So, cannot warp. Warp-Ability, okay, wir können hin, aber nicht raus. Aber es ist ja kein Thema, da wir den Bosskampf ja nicht machen müssen. Dann töte ich bei der Gelegenheit nochmal gerade die Phalanxen. Dass wir gleich auf jeden Fall, wenn wir beim Giant Blacksmith sind, auf jeden Fall genug Seelen haben. So, ich glaub, das genügt. So, ich glaube, das genügt. Okay, der Pfeil ging jetzt durch mich durch. Der auch. So, ich glaube, der Pfeil ging jetzt durch mich durch. Ich finde es toll, dass der kleine Dude einfach da steht und es ihn nicht interessiert. Wie war das? This land is peaceful. It's inhabitants, kein. Das ist ja gleich das Spoiler auf der Internetseite. Na, dann habe ich ja nochmal eine Ausrede, um zu warten. Ja, da hast du dir jetzt ein Eigentor geschossen. So, dann ab zum Giant Blacksmith. Ich habe das Gefühl, im Interesse, dass wir nicht noch 10 Streams damit verbringen, hier durchzuirren, würde ich zwischen den Streams tatsächlich mal jetzt bei der Gelegenheit ein bisschen Level grinden. Und so uns zum Beispiel die Rüstung dann auch auf plus 10 bringen, wenn wir das nicht jetzt schon schaffen. Laut der Seite haben die jemanden gevoicedet, der gar keinen Text hat. Komm, ich muss nur durch diese Scheiß-Tür da. Gut, der hat doch Text, aber eigentlich auch nicht. What? Schrödingers NPC. Hat der Text oder hat er keinen Text? Es wird erst Text gelegt, wenn man es observiert. So, Modify Equipment. Können wir es auf Voltaic packen. Aber das macht Lightning. Also das würde schon gehen. Wir können den Hammer draus machen, dafür müssen wir aber auf jeden Fall nochmal Stärke pushen. Auf ein absurdes Level. Aber er kann nicht. Nee. Tower Shield. Das gibt uns ja eigentlich nur ein bisschen Schaden und ein bisschen Schaden mit dem Angriff, was uns noch nicht so viel bringt. Pass auf. Green Force. Wobei, wir machen erstmal den. Erstmal alles reparieren. Dann. Reinforce Armor. Kann ich die Giant Dead Maske verbessern? Weil die will ich auf jeden Fall tragen. Die gibt es oder Dings. Kann man die nicht verbessern? Als ob. So, wir brauchen immer. Wir brauchen immer neun von jedem. Das heißt, Purchase Item. Die großen Kosten halt irgendwie 3800. Also dafür müssen wir halt wirklich Level grinden. Das würde gehen. Und jetzt haben wir wirklich keine Seelen mehr. Was haben wir an Seelen rumliegen? Used to become deadly when weak. Warum 6000 sollten genügen, oder? Ich gehe jetzt nicht nochmal in die gemaltelte Welt dafür. So. Brigant. Weil ich brauche ja gar nicht mal alle. Ich habe ab. Da ich den Helm nicht abgeladen kann, brauche ich neun weniger. Aber dann habe ich ein bisschen über. Schade auch nicht. So. So. Und jetzt wäre der die Large. Das ist aber okay. Wir müssen mal kurz zu nem Bonfire. Das nächstgelegene müsste ja das von Guinevere sein. Scheinbar wird sogar der Text, der wirklich nur Text ist, gevoiced acted. Also solange das dann nicht zu so ner Situation führt, in ähm... Wo kommt die Chest her? Bin ich jetzt... Bin ich die ganze Zeit an dieser Chest vorbeigelaufen? Okay, Sunlight Metal. Nichts. Nichts weltbewegendes. Ähm. Ich habe nur ein bisschen gefühlt, dass wenn... Das nicht ursprünglich vorgesehen war, dass dann halt in Outer Wilds... Muss man viel lesen normalerweise. Weil ich fände es ein bisschen uncool, wenn dadurch so eine Situation zustande kommt, dass dir dann die Texte vorgelesen werden. Aber du trotzdem... Ähm... Dass du trotzdem dann, ähm... Praktisch in dem Fenster drin bleiben musst, damit das Voice-Over nicht abbricht. Und ich hasse das ja wirklich. Ich meine, das hassen ja... Eigentlich fassen ja viele Leute. Wenn du... Irgendwie... Ein Audio-Kommentar zu irgendwas kriegst, oder du irgendwas gefunden hast oder so, und dann... Willst du den zu Ende hören, aber du willst jetzt nicht die ganze Zeit noch irgendwie in dem Fenster sein, sondern in der Zwischenzeit weiterspielen. Das ist letztens bei Shadow of War hatte ich das Problem. Wenn du da die Artefakte gefunden hast und dann die eine Thruller da dir doch irgendwas dazu erzählt hat... Aber du konntest halt nicht weiterspielen, ohne dass du den kompletten Kommentar abgebrochen hast. So läuft das denn im Spiel nicht. Du wirst es schon eines Tages verstehen. Jetzt klingst du so wie... Der obligatorische Mentor-Charakter, der dann irgendwann stirbt. Ich hätte eigentlich gerade noch die Chance, meine Pyromancy-Flame zu upgraden. Soll ich das gerade tun? Wobei, das sollte ich vielleicht mit... Ist mir jetzt egal. Wenn ich Seelen habe. Ich hoffe wirklich, dass zumindest in dem einen... Ein Bonfire in dem DLC-Gebiet, äh... Dass ich da hinworfen darf. Zumindest das zweite. Also entweder das vor- oder nach-Atorius. Alles andere, dann wäre ich enttäuscht. Hast du gesagt, ich werde sterben? Wenn du der obligatorische Mentor-Charakter bist? Ja. Die sterben immer. Ist dir das noch nie aufgefallen? Warte, hat der Steinritter gerade ernsthaft den Moos-Klumpen gedroppt? Seit wann machen die das denn? Dann spiel bitte schnell Outer Wilds. Das ist mein letzter Wunsch. Wahrscheinlich wird es passieren, während ich Outer Wilds spiele. Ich würde mir in letzter Zeit, äh... Die ganze Zeit Videos von so einem YouTube empfohlen, der halt so... Filmszenen, wenn die Leute einfach Stand wären oder so. Wenn die Leute nicht irgendwelchen Blödsinn haben würden. Dann habe ich mir über gedacht... Äh... Ich würde zu gern... Ich bin ja echt kein Zombie-Typ, aber ich würde zu gerne meine Zombie-Serie sehen. Wo die Leute nicht komplett genreblind sind. Das hat mich ja auch bei The Walking Dead... Also ich habe mich... Ich habe mich so weitergeführt. Ich habe nur die ersten anderthalb Staffeln gesehen. Aber es hat mich so abgefuckt, dass... All die üblichen Fehler im Umgang mit Zombies gemacht haben. Aber so eine Serie hat auch... Ich sage mal, so ein Horrorfilm würde die Leute... Alles richtig machen. Aber halt trotzdem... Richtig auf die Fresse kriegen. Weil der... Killer oder wer auch immer... Halt auch kompetent ist. Kann sich das Spiel mal entscheiden, ob das Wasser hier... Ob das mich verlangsamt oder nicht. Hier ist normalerweise der goldene Golem. Der einzige Anfang mit Zombies, die ich je gemacht habe, war in Minecraft. Da verpasst er auch nichts. Also ich finde, ehrlich gesagt... Zombies lösen in mir... Also zumindest so realistische... Lösen in mir schon ein gewisses Unbehagen aus. Also deswegen fand ich auch die... Auch The Walking Dead, als es gerade anfing... Ich fand es nicht angenehm, das zu gucken, ehrlich gesagt. Ich meine, zumindest in den ersten paar Staffeln geht es ja die meiste Zeit nicht mehr um die Zombies. Aber trotzdem. Vor allem... Ich finde auch bei so Settings... Ja, das ist dann auch so eine Krankheit. Die ist 100% ansteckend. Und wenn du gebissen wirst, dann bist du halt auch wirklich... Eine wandelnde Leiche danach, früher oder später. So... Ich mir denke... Leute... So funktionieren Krankheiten nicht. Und Plague and Geworven. Stimmt. Das hat auch ein Zombie-Virus. So... Also entweder wird es nicht angezeigt, weil ich hier bin. Oder... Das Bonfire darf auch nicht worpen. Also entweder... Well, look at... From what far away age hast thou come? Thy scent, but not intolerant. Ah... Princess Dusk's saviour. Thy... Wenn man ein Pilz ist, braucht man auch keine Lippen-Synchronisation. Thou shalt sieve, an Abyss, was begann. Night Artorias came to stop this. But such a hero, without doubt he will indeed still. Hast du hier schon bei der ST-Live angesagt? Nein, ähm, nein. Hatte ich keine Gelegenheit zu. So, die sind beschäftigt. Wow. Ja, die letzten Tage war ich ein bisschen sehr beschäftigt. Dann beschwerte ich nicht, wenn du bei der ST-Live im Nachteil bist. Ich sag mal so, weil den meisten... Als jemand, der eine Dunkle-Volk-Kampagne gemacht hat, werde ich wahrscheinlich das Dunkle-Volk auch am kompetentesten spielen. Ich glaub, so viele Leute... Kandidaten gäbe es gar nicht für ein Community-Game. Wow. So viele Kandidaten gäbe es, glaub ich, gar nicht für ein Community-Game, wo die Leute wirklich Erfahrung mit einem spielbaren Dunklen Volk haben. So, die Gartenzerge hier lassen wir mal in Ruhe. Oh, hallo. Schwarze Feuerbomben. Warum kriegt man die hier? Okay, sie folgen mir immer noch. Okay, sie folgen mir noch. Okay. Stimmt, dir ging es nicht weiter. Wo ging es denn rüber? Ja, das kommt von dem Spieler, der seine eigene Map nicht schafft. To be fair, das sagt nicht wirklich was aus, weil man ja auch eine Karte gezielt so designen kann, dass man sie nicht schafft. Okay. Okay, die Crystal, da muss man, glaub ich, äh, Reload abusen. Hi, Sin. Nee, du bist Calamid. So rum. Sin ist in Dark Souls 2. Aber deren Introduction ist ähnlich, die kommen beide auf der Brücke. Ähm. Okay, sie folgen mir und springen in den Abgrund. Danke, Dark Souls. Oh, nichts. Alles. Ah! Large Titanite Shards, ich meine, das spart mir immerhin fast 4000 Seelen, wenn ich meine Rüstung upgrade. Nur ich kenne die Karten, die im Skript versteckt sind. Ähm, ja, aber dir ist schon klar, dass du die Karte bewusst so designt hast, dass jeder das Skript lesen kann. Ähm, unterstützt dein Skript das eigentlich auch, wenn du die Karte ohne Manacopter spielen willst? Also, um auch solche Karten zu machen. Weil ich sag mal so, wenn das Skript zum Beispiel für eine Dark Mirror 2.0 Portierung verwendet werden würde, dann wäre der Manacopter da ja komplett unpassend. Könnt ihr mich bitte nicht mit den Heckenscheren bearbeiten? Dankeschön. Ich finde es auch gerade überraschend, dass die Heckenschere, glaube ich, nicht gefarmt werden kann. Also, die Heulgabeln kann man als Waffe verwenden. Aber ich glaube nicht die Heckenscheren. Bra, wie schnell seid ihr bitte? Mh-hm. Wo mache ich denn so, dass man meinen Skript nicht lesen kann? Ähm, gar nicht. Geht nicht. Mit Manacopter muss man irgendwo in die Ecke schicken, wenn man den nicht haben will. Das ist nicht gut. Ich meine, da könnte man nicht theoretisch als Snapper auch sagen, man spawnt den nicht. Also, was haben die für eine Attack Raid? Wäre auch ruhig, wenn man den Skript nicht Open Source machen würde. Ja, bei dir ganz besonders. Oh! 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 So, ist da nur noch rum. Ja gut, ich meine, man kann das Script ja sowieso für jede Map extra anpassen. Uh, blühend. Okay. Komme ich hier auch wieder zurück? Oder muss ich jetzt, muss ich jetzt den Weg unbedingt gehen? Weil da wagen noch mehr Items. So, Running Attack funktioniert. Wow. Das war's. Okay, der war nicht hostile, aber da die eine Hälfte von denen peinzinnig ist und die andere nicht, müssen sie leider alle sterben. Ich glaube, da habe ich auch schon Gedanken gemacht. Gewohl für die Sache, dass man sowohl Templates auch festholt, das sind manche irgendwie nicht. Ja, das ist entweder zwei Templates oder das Template so ein bisschen modular gestalten. Okay, ich höre das Geschnippel. Wait, da geht's runter. Moment, ich glaube, hoch und dann rechts, oder? Nee. Nee, das ist es nicht. Ich glaube, das... Soll man da rüberspringen? Ja, ich glaube, das könnte funktionieren. Ich mache mir ehrlich gesagt ein bisschen Sorgen um den nächsten Boss, wenn es immer noch der Boss ist, der da normalerweise ist. Was aber ansonsten keinen Sinn ergeben würde, weil ich wüsste nicht, wie man die Bosse sonst rumtauschen sollte. Und ich wüsste auch nicht, wieso die Mod einen der besten Bosse im Spiel rausnehmen würde. Wie gesagt, tauschen würde nichts bringen. Weil dafür müsste dann entweder ein anderer Boss rausfliegen oder du müsstest den Boss an irgendeine Stelle setzen, wo normalerweise gar kein Boss ist. Sogegebenermaßen, das hat er vorhin auch mit dem Fire Sage Demon gemacht, aber das ist auch eher... Das ist halt auch sowieso eher ein Rematch als ein normaler Boss. Stimmt, die Mana Copter Manufaktur hast du ja in deinem Skript auch nicht drin. Aber da ja auch keine Möglichkeit besteht, den Mana Copter zu verlieren, gibt es auch keinen Grund, da irgendwie eine Mechanik einzubauen, dass du den bauen und dann notfalls auch neu bauen musst. Da oben ist das Item. Ich glaube, da komme ich nicht hin von hier aus. Aber hier geht's rein. Da oben geht's rauf, aber wie? Ich glaube, hier rum, oder? Danke, Kamera. Ich weiß nicht, du bist ziemlich sicher, warum die KI Mana Copter nicht angreifen kann. Das hat nichts mit KIs zu tun, andere Spieler können ihn auch nicht angreifen. Das scheint damit zu tun, dass du beim per Skript gespawnten Mana Copter nicht festlegen kannst, wo vielleicht ein Team mehr gehört. Oh, das ist nicht gut, wenn deine Teammates halt so komplett... Gut, wenn die Soldaten können sie ja trotzdem töten. Aber wenn sie halt komplett machtlos gegen den Mana Copter sind. Das Ding ist, es gibt ja keine Möglichkeit... Ich nehme mal an, dass nur ein Skript Mana Copter auf die Befehle reagieren wird. Ich weiß tatsächlich gar nicht, wie sich die Mana Copter-Manufaktur verhält, wenn du sie einem Spieler gibst. Also ob die irgendwann dann automatisch einen Mana Copter baut, aber den würdest du dicht steuern können, denke ich mal. Es sei denn, hat Warrior Slip nen Befehl für Fahrzeuge? Nee, oder? Jetzt weiß ich mir ja auch Mana Copter geschehen, wie der neuest ist. Ja, das ist normal. Das ist auch bei den normalen Squad-Movement-Befehlen so. Ich hatte nur gerade die Überlegung, wenn Warrior Slip... Wenn man mit... Wenn deren Befehl für Fahrzeuge hätte, ob man damit auch Mana Copter theoretisch steuern könnte. Aber ich bezweifle jetzt ehrlich gesagt, weil du den Mana Copter ja auch so nicht normal selektieren kannst. Und Warrior Slip imitiert das ja im Prinzip nur. Wenn man als Spieler eine Mana Copter-Manufaktur hat, macht die gar nichts. Ja, das ist halt schon kacke. So, warte. Diese Scheiß-Crystal-Lizard braucht sich jetzt hier nicht weg zu porten. Bruh. Was hat die bitte für einen kurzen Timer? So schnell... Okay. Das war jetzt aber wirklich... So schnell kannst du ja gar nicht drücken. Also drücken kannst du schon, aber so schnell reagiert der Charakter gar nicht. Ja, das nur Spieler 1 Mana Copter, die angreifen kann. Aber ich glaube, dass dieser Mana Copter-Move-Befehl wird nur einmal wirklich verwendet. Und zwar in Trojaner Mission 10 am Ende für diese Cutscene. Und es gäbe zwar noch... Ich glaube, es sollte mal eine Flotte Mana Copter gespawnt werden in Mission 3 vom Trojaner-Headon. Aber ich glaube... Ja, das ist deaktiviert. Ich vermute mal, dass ursprünglich irgendwie mal gedacht war, dass der Spieler da irgendwie am Ende vielleicht... So ein normaler Copter-Flotte das erste Mal sieht und sich denkt... Shit. Wir haben ein Problem. Die Team. Okay, ist mir egal. Wir schalten einfach nur den Aufzug frei. Alles gut. Alles andere ist nicht unwichtig. Wo auch immer dieser Aufzug jetzt ist. Wie? Ist das nicht der, den ich kenne? Nee, es ist gar nicht... Ah, das ist nicht der Shortcut. Der Shortcut ist da. Coole Maske. Ja, die Giant Dad Maske. Weiß gar nicht, ob ich jetzt da nur Glück hatte oder ob der Modder das so gemacht hat, dass das immer die ist, die droppt, weil das halt mit Abstand die Weste ist, von denen die Pinwheel droppen können. Not gonna lie, Artorius. Ich bin da, ich bin da, ich bin dann besorgt. Das, ich hab das Gefühl, den, für den sind wir nicht bereit. Oh, ich weiß gerade gar nicht, wie wir in Death Note filmen. Hast du jetzt die Realverfilmung gesehen oder... Die aus dem... Ah, nee, nee, der trägt halt auch mal so ne, so ne Maske. Ich hab die drei Filme gesehen, die du mir empfohlen hast. Okay, ja, ich hab gar nicht mehr im Kopf, wie die Maske aussieht, die er da getragen hat. So, ich kann ihn blocken. Aber ich muss eigentlich immer von vier Angriffen, glaub ich, ausgehen. Das ist eine Weile her, dass ich die Filme gesehen habe, tatsächlich. Ich glaub schon, ja, es ist schon über zehn Jahre her. Meine Death Note-Phase hatte ich mit 15. Ey, kannst du mir vielleicht nicht dein, äh, Bisskamm bitte ins Gesicht schmeißen? Ich seh noch nicht, wo ich ihn punishen kann. Ich hab tatsächlich noch nie mit nem Stärkebild gegen Artorius gekämpft. Eigentlich hab ich ihn immer gepunischt nach dem Angriff hier. Aber da weißt du halt auch nie, wie viele Angriffe er macht. Ich glaub, er kann bis zu vier. Und davon musst du praktisch auch ausgehen. Kann die Maske tatsächlich nicht bestellen. Also ich weiß, dass es eine, äh, äh, eine CJ-Mod gibt für Dark Souls. Es gibt einen YouTuber, der die regelmäßig verwendet. Ich, ich kann ihn nicht punishen. Das hätt' ich jetzt punishen müssen. Ich glaub, jetzt muss ich ihn einfach nur aushalten. Bis der Buff nachlässt. Und er neu buffen muss. Ja, klar. Ist okay. Okay, den Kampf mach ich auch nur mit, äh... Mit, äh, mit massenhaft Estus. Mit massenhaft Estus. Ich hab' immer gespürt, ob wir Artorias heute noch schaffen. Also das war jetzt nicht levelgrindlich auf jeden Fall zwischen den Streams. Ich hab' immer gedacht, dass es einsteigt, dass die Texte deutsch oder englisch sind. Ich bin sicher, ob's wirklich, äh, so nachts ist. Das ist ja eventuell ein bisschen, wenn man mal spielen, die Sprache ändern könnte. Ja, aber wie? Ja, das Einzige, was du, glaub' ich, im Vorfeld... Also entweder du machst zwei Versionen von dem Skript. Was auch, äh, zeichentechnisch besser wäre. So hab' ich's damals auch bei Dark'n'Raw gemacht. Weil du hast nicht die Möglichkeit, in-game die Sprache auszuwählen. Dann kannst du zwei Versionen von der Map zur Verfügung stellen. Die halt nach Sprache markiert sind. Weil das Einzige, was du, glaub' ich, auslesen kannst... Also entweder du machst eine Abfrage. Das würde auch theoretisch gehen mit irgendeinem Gebäude, dass du irgendeinen Wert setzt. Und damit die Sprache änderst. Das könnte funktionieren. Dann würde der Skript da vielleicht nur eine Standardsprache festlegen. Weil ansonsten der einzige Wert, der, glaub' ich, ausgelesen kann, auf diese Weise, dass du es nutzen könntest, wäre, welche Schwierigkeit eingestellt ist. Wenn du nämlich 20 Template-Skripts... Ja, wie gesagt, ich glaub', du könntest, wie gesagt, recht easy eine Option haben, dass irgendein Gebäude... ...die Sprache ändert. Was auch den Vorteil hätte, dass du gegebenenfalls... ...sofern es die... ...das Zeichen, den du zulässt, auch Leute zusätzliche Sprachversionen reinschreiben könnten. Sollen soll, dass du keine Schl � Untertitelung des ZDF, 2020 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 Also wir können ihn schaffen. Ich habe das Gefühl, er ist machbar. Auch mit einer Plus-10-Waffe. Ich habe das Gefühl, er hat einen Schuss mit einem Schuss zu verabschieden. Wenn er was wir noch versuchen könnten, wäre zweihändig, wenn er sich bufft, und versuchen ihn so zu punishen. Aber ich bezeichne, dass das funktioniert, auch wenn ich mit zweihändig ein bisschen schneller angreife und natürlich auch einen höheren Damage mache. Ich weiß nicht, ob das meinen Poise-Damage erhöht, damit ich ihn dann damit aus der Buff-Animation rauskriege. Wer doch gerade auf Chester ist gar nicht hier. Ähm, was hätten wir noch machen können? Wir können den Ring ausrüsten, dass unser Estus mehr bringt. Ich darf nicht rückwärts rollen. Schmeiffträge Schmeiffträge Wir können den Ring ausrüst. Schmeiffträge Dermat 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 Oh. Jedes Mal falle ich wieder drauf rein. Oh. Ich kann nicht Punishen ohne zu traden. Das geht nicht. Oh, das war knapp. Komm schon, gib mir eine Gelegenheit zu heilen. Oh, das war knapp. 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 Ich muss nicht dringend, desto mehr durchkriege ich. Ich muss dazu sagen, Cola finde ich sowieso absolut überbewertet. So krass fand ich das Zeug selbst als Kind nicht. Und irgendwann, wir waren auch irgendwann auf einer Hochzeit, da war ich so 10, 11. Und da habe ich dann irgendwie relativ schnell hintereinander mehrere Gläser Cola getrunken und seitdem finde ich es nur noch ekelig. Mhm, selbst auf die Distanz macht das noch vollen Damage. Ist okay. Aber jetzt hat er sich auch relativ früh gebufft. Ich glaube, bei 70% kann er es. Wohin hat er es, glaube ich, nicht mal gemacht, bis er bei 30% war. Ich lebe gerade wirklich nur noch mit diesen pittigen Gesundheit. Boah, das war knapp. Okay. Solange ich gut trade, ist alles gut. Sein Buff ist ausgelaufen. Zum Glück, weil sonst wäre ich jetzt tot. Das wäre eine Gelegenheit zum Heilen gewesen. Okay. Hast du schon nitriert. Meinst du, ich fange jetzt an, während einem des Kampfes gegen den agilsten oder einen der agilsten Dark Souls-Bosse an was zu trinken? Das ist eigentlich schön, wenn der Kampf vorbei ist. Das ist egal, wie er endet. Aber ich glaube, ich brauche eine... Also für das, was du willst, brauche ich, glaube ich, eine Premium-Variante von Hydrieren. Aber die müsste dann auch mutually exclusive mit dem normalen sein, dass sie nicht beide sonst zusammengespammt werden. Warte. Warte. Covenant of Artorias. So weit, so gut. Das heißt, damit könnten... Brauchen? Brauchen Sith gar nicht? Traverse, die Abyss. Damit könnten wir zu den vier Königen... jetzt will ich aber auch noch wissen, ob diese... ob diese... ob die Dings... ob die, äh... Very Large Ember, ob die da ist. Das heißt, wir warpen uns einmal zur Fallen in den Schrein, investieren die Seelen in den Dings, in die, äh... die Pyromancy Flame. Ja, ich glaube, ich brauche eine Premium-Version von Hydrieren, die da... wo ich da wirklich alles stehen und liegen lassen muss. Einschließlich Dark Souls-Masse. Ich muss dich jetzt taktisch in den MC immer downgraden, damit du deine Hardcore-Welt verlierst. Mhm. Da bin ich ja mal gespannt. Wo ist... wo ist unser Pyromancy-Bro? Bro? Oh. Die zwei sind hier. Hier sind es die drüben, oder? Da. Da ist er. So, gibt's hier irgendwas Interessantes? Nein. So, Modify Equipment. Plus 5. So, wir können aber nicht jetzt... Wieso kann keines der Bonfires im DLC... Warum ist keines davon eine valide Warp-Location? Musste das unbedingt sein? Ist ja leider... Ist aber etwas teuer. Findest du? In deiner idealen Welt wärst du ja nicht der Einzige, der es einsetzt. Eisenrüstung ist gut. Können wir nicht Kettenrüstung draus machen? Kettenrüstung muss man aber, glaube ich, finden, oder? Ist Kettenrüst... Wie gut ist Kettenrüstung? Ich glaube, die war doch mal ursprünglich so gut wie Eisen, aber ich glaube, die wurde genervt, oder? Ja, in der idealen Welt könnte ich mitspielen. Nein. Wie viel Damage-Resist hat denn die Kettenrüstung? Weil ich weiß, die Eisenrüstung hat als komplettes 60%. Ich habe so eine Befürchtung, dass wenn ich hier den Wasserspiegel senke, dass dann die, äh... die Geister tatsächlich auch spawnen. Das würde voll Sinn ergeben, weil dann hier praktisch das Gebiet ab dem Punkt... Ab dem Punkt ist man dann praktisch ready. Genau. Hier unten irgendwo müsste die Large Ember sein, die Very Large Ember sein, wenn die immer noch da ist. Es würde Sinn ergeben, wenn wir sie jetzt erreichen können, wenn sie noch da ist, weil dann müsste der Mäuser... Dann hätte der Malnus und Calamite, vor allem halt Malnus, auf ihrem normalen Stärkeniveau lassen können und nicht darauf anpassen müssen, dass er dann sie mit einer plus 10 Waffe bekämpft. So, wir müssen auf... Moment, wir müssen auf das Gebäude da drüben, oder? Hier hinten gibt es scheinbar sechs Rüstungsbalken, also ein halb mehr als Gold. Diese Rüstung muss man durch Mobs gedockt bekommen. Ja, dann erstmal haben vor Lachen. Da oben ist der Bro. Shit, es gibt scheinbar sechs Rüstungsbalken. Ich glaube, Eisen gibt acht, oder? Ach, hier waren die Torch Bros. Wenn es auch von Eisen auf Gold geht, muss gewissermaßen sogar ein Upgrade. What? Ich finde, hab die Tage noch gesagt, ich finde Gold-Items, ich finde, da sollten alle Enchantments doppelt zählen. Also, dass du dann nicht Unbreaking 3, sondern Unbreaking 6 drauf hast. Und Protection und so auch doppelt. Du hast dann vielleicht ein paar absurde Situationen, aber theoretisch ist die Goldrüstung ja super fragil. Warte, ich hätte schon vorher hingekonnt. Warte, ich konnte hier schon hin, weil ich das Lord Wessel hatte. Okay, also das heißt, wenn die Very Large Amber hier ist, dann hätte ich schon die ganze Zeit plus 15 Waffen haben können, oder zumindest. Ja, wobei, wie viel von dem... Doch, ich habe genug Chunks für eine plus 15 Waffe. Weil das insofern abgelehnt, dass Gold seltener ist. Ähm, ja, lacht in Mesa-Biom. Und es sagt ja niemand, dass ich die Rüstung neu crafte. Das ist ja schon eine extra Präparierte. Mit Enchantments und so. Genauso wie das Holzschwert. Die Idee entstand ja eigentlich dadurch, dass ich halt gesagt habe, hey, irgendwie wäre es doch cool für einen Meme die ganze Zeit mit einem verzauberten Holzschwert rumzulaufen. ist? Ja, wenn man das飛- hier geht... Okay, hier geht's ins Tal der Drachen. Ich habe schon das Move genau, aber wir können jetzt hier hin. Irgendwie war ich auf dem Trichter, dass man erst hier hin darf, wenn man den Covenant of Artorias hat. Aber man darf schon vorher in das Gebiet, man darf nur noch nicht, also wir könnten so schon zu den vier Königen. Sag bitte nicht, dass da unten jetzt die ganze Zeit Drakes sind. Ich hasse die Biester. Ach so, das bedeutet nur, dass du ein neues Rüstungszahn mit Fluch der Bindung anziehen musst. Meistens würde ich da einen Kürbis empfehlen. Mhm. Ach du Scheiße. Ja, ich sag das doch, jetzt kommen die ganzen verfluchten Seelen. Aber das will ich jetzt noch wissen. Ich will wissen, ob dieser... Wo ist er? Ring of Evil Eye, dass ich die... Dass ich nicht durch Zermürbung gekillt werde. Und Strancy and Curse. Davon haben wir nur einen. Aber die... Geister droppen den ja auch. Und ich habe ja den Goldenen Ring. So, deine Kürbis länger halten als Helm aus purem Gold oder Diamanten. Mhm. Ähm, ich glaube, das, was du meinst, das hat Luni tatsächlich mal gemacht. Aber ich glaube, das ist auch noch in einer Welt, wo er praktisch auf einen Chunk begrenzt ist. Mhm. Das war's. Moment, hier ist es nichts. Ich meine, einen Shunk, das ist echt nicht viel. Das stimmt, das ist echt nicht viel. Ich hoffe, dass einer der Geister möglichst schnell einen weiteren flüchtigen Fluch droppt. Ähm, kann der mich bitte nicht von unten angreifen? Ja, okay, grab mich einfach. Ist okay. Aber sie hat was gedroppt. So, kann die Meldung jetzt mal bitte weggehen? Danke. Okay, ja, sie droppen auch gut die Flüche. Ich liebe es, wie sie staggern, wenn du halt ganz knapp außer Reichweite bist. Okay. Okay. Aber ich habe das Gefühl, den Eingang gerade konnte man auch praktisch nicht vermeiden. Ja, ist okay. Ja, danke, Dark Souls. So, ich schicke den schon mal rauf. Da ist so ein Vieh. Wie zur Hölle bist du nicht ertrunken? Also, dass die ganzen Geister jetzt hier sind... Gut, das ergibt Sinn. Nein, scheiß Ernst. Creative Gens, tu dich mit japanischen Geistermythen aus, weil ich habe das Gefühl, irgendwie sollten mich diese Geister hier an irgendwas erinnern. Ähm... Alles klar. Wer bist du denn? Wieso ist hier ein Gargäuel? Und warum leuchtet er weiß? Warum denkst du, ich kenne mich mit japanischem Stuff aus? Nur so ein Gefühl! Nimmst du denn, ich bin ein Weeb. Bei dem wilden Zeug, was die Tage wieder auf deinem Discord abging, könnte dieser Gedanke aufkommen. Ey, was hast du mitbekommen? Alles, für das ich gepinkt wurde. Ich habe es aber nicht verstanden. Ähm... Warum ist der unverwundbar? Wait! Mein Fluch ist abgelaufen. Was ein Sack! Der hat andere Gegner damit ausgestattet, dass die unverwundbar sind, wenn du nicht diesen Fluch hast. Auch die Fake Pings. Alles, was nicht benachrichtigt. Boah, ich hoffe, der respawnt nicht. Nee, ich habe einen Server gefunden. Aber ich glaube, da kann ich nicht meine Minecraft-Belts aufhosten. Hallo? Wollt ihr nicht zu mir runterkommen? Als ob. Fire Keeper Soul! Fire Keeper... What? Warte. Warte, ich muss eine Feuerhüterin wiederbeleben? Aber wo und wen? Und vor allem lohnt sich das. Ich meine, cool. Ein Bonfire in der Nähe von den vier Königen hat im Original, finde ich, gefehlt. Das ist ja sehr klein. Wenn ich nicht. Ich liebe es. Wir緊想ent E1co? Also, clip το acha 저는 ganzgroß. Und wenn ich nicht lasers Thinker ost latent. Na komm her. Ohne nicht zu grabben, bitte. Aber wo ist denn hier die Feuerhüterin? Einmal wird das so Ultimate Spinner... Oh, Ultimate Spinner. Ne, doch, Ultimate Spinner genannt. Black Knight Armor. Ist das nicht accurate? Wenn da würde ein normaler Mensch die Dinge tun, die ich tue. So. Ist es hier? Fire Blacksmith Hammer. Aber ich glaube, da wäre die Ember normalerweise drin gewesen. Aber wenn die nicht hier ist, dann weiß ich beim besten Willen nicht, wo sie sein sollte. Weil wie gesagt, die vier Lord sehen, kann man ja theoretisch in jeder beliebigen Reihenfolge machen. Das wäre natürlich ein absoluter Trollmove, aber kann ich mir nicht vorstellen, weil es die, äh... Weil ich ja die Voltaik-Sachen machen kann. Die ja über plus 10 hinausgehen würden. Das wäre ja ein absoluter Trollmove, wenn er gesagt hätte, die, äh... Plus 15 Ember machen wir raus. Aber dann hätten ja auch die Titanite Slabs keine Bedeutung mehr. Aber dass wir hier extra eine Feuerhüterin haben, impliziert ja eigentlich... Also kann es natürlich sein, dass das, äh... Das, äh... Es kann natürlich sein, dass das Bonfire da einfach ein Troll ist. Und das gar nicht aktiviert werden soll. Sondern einfach nur so... Ja, es ist da, aber es kann nicht aktiviert werden. Und hier gibt es dafür eine Feuerhüterseele. Das würde halt auch irgendwie Sinn ergeben. Kann ich? Ist in der Beschreibung irgendwas drin? Weil ich wüsste nicht, zu welchem Zweck man hier ein extra Bonfire mit einer Feuerhüterin packen soll. Vor allem, die mit Feuerhüter waren auch bis jetzt immer welche, wo man hinwarpen konnte. Wenn man Queenie wäre, als, äh... Als Feuerhüterin bezählt. Und jetzt ist der Fluch schon wieder abgelaufen. Mein normales Bonfeuer fände ich, wie gesagt, durchaus sinnvoll, weil hier einfach ein Boss ist. Womit hat er mich da gedubufft? Schränkt ja alles ein. Mein Estus, meine Bewegung... Und jetzt ist der Fluch schon wieder so wie gesagt, wie gesagt... Aber ich wüsste gar nicht, wen der da hinsetzen will. Also, als er nicht komplett Custom NPC gemacht hat, würde ich fast vermuten, dass es hier wirklich keine Feuerhüterung gibt. Aber ich würde jetzt... Das ist fies, weil ich will jetzt auch die Feuerhüterseele nicht der anderen geben. Auf die Gefahr hin, dass ich damit wirklich ein Bonfire verpasse. Cold Tearstone Ring. Warte, ist der anders als sonst? Buchst du die Resistenzen, wenn ich wenig Gesundheit habe. Besonders gegen Feuer, das ist neu. Aber ich bezweifle, dass der Ring jetzt gut ist. Okay. Darkmoon Seons Ring. Ja, damit könnte man sich Gwyndolin mal vorknöpfen. Ach, wer bist du? Warte, die Dark Raves haben jetzt auch diese Aura. Und da könnte man jetzt so in vier... Königen. Ich habe aber nicht das Gefühl, dass ich dahin möchte. Soul of a Darkrave. Okay, da kämen wir zurück. Heimkehlknochen haben wir ja genug. Aber es gibt keinen... Wir können hier niemanden wiederbeleben, oder? Das ist so verdammt fies. Weil normalerweise Estus-Upgrade wäre so nice. Aber dafür hier das Bonfire-Fallieren potenziell. Aber hier ist halt auch nichts, womit ich interagieren kann. Wenn müsste die ja irgendwo hier in der Nähe sein? Ach, warte. Hier ist ein Shortcut. Stimmt, den habe ich, glaube ich, im Original noch nie verwendet. Das heißt, das Bonfire bräuchten wir nicht mehr unbedingt. Ich wüsste halt trotzdem gerne, ob es aktiviert werden kann. Okay, wir müssen das uns auf jeden Fall merken. Ah gut, dann hätte ich ja hier theoretisch schon die ganze Zeit hingekonnt. Aber ich glaube, weiter kommen wir heute auch nicht mehr. Ja, wir bringen uns nochmal gerade zurück. Wir machen die Upgrades für den Pyroglove. Und dann war es das Off für heute. Beziehungsweise für gestern, weil es ist Nachmitternacht. Ich muss aber den Aufzug wieder rufen. Hä? Hatte ich den nicht hochgeschickt? Ne, ich habe den anderen hochgeschickt. Den anderen habe ich hochgeschickt. Den beim Siegel. Ah, da bin ich jetzt gerade echt hin und her gerissen. Ich würde zu gerne wissen, ob ich mit der Feuerhüter sehe, ob ich da wirklich jemanden wiederbeleben kann. Aber die einzige Möglichkeit, das zu erfahren, wäre halt wirklich, indem ich nachschaue. Und ich will mich ja echt für diesen ersten Mal nicht spoilern. Naja. Anyway, wir haben doch ein bisschen was geschafft. Wir haben immer in Artorias besiegt. Also das ist schon mal nicht wenig. Wir können zu den vier Königen damit. So viel es uns auch bringt. Aber mein Verdacht, wo die Large Ember sein könnte, also die Very Large Ember, hat sich damit leider nicht bewahrheitet. Deshalb habe ich keinen Plan, wo die sein könnte. Das, äh, ich bin mal gespannt. Wenn wir Pech haben, stehen wir wahrscheinlich mit, äh, 100 plus 10. Werfe bei Gwyn. Anyway, ich danke dir für das dabei sein. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal wieder. Bis dahin. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal.